Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 136 vom 5. April 2019, wie immer eigentlich, wie immer, am Mikrofon, das bin zum einen ich, Philipp Banse und Ulf Burmeier, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Ausgabe der Lage der Nation, wir haben wieder eine ganze Reihe spannender Themen für euch vorbereitet und unser Thema der Woche ist die heiße Debatte um die Organspende, insbesondere zur Widerspruchslösung, was es damit auf sich hat und ob wir jetzt alle zum staatlichen Ersatzteillager werden, das erörtern wir nach einer kurzen Pause. Werbung Ihr habt vielleicht manchmal keine Zeit oder auch keine Lust Steuern selber zu machen, das müsst ihr auch nicht, ihr könnt eure Steuern machen lassen und zwar von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, der VLH. Die VLH gibt es schon seit über 45 Jahren und die ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile einer Million Mitgliedern und 3000 Beratungsstellen und da ist dann auch eine in eurer Nähe und da gibt es eben auch Berater. Die VLH ist eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommensteuererklärung geht, denn die Kosten bei der VLH sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig, ihr müsst eben nur Mitglied werden und die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis Silvester, euch einen Beratungstermin besorgt, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und dabei das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro, wie das geht und was ihr dafür tun müsst, findet ihr unter dankevlh.de. Also vergesst nicht eure Steuer zu machen, es lohnt sich, vor allem, wenn ihr sie über die VLH machen lasst. Schaut mal rein unter dankevlh.de. Ja, da sind wir wieder und wir stürzen uns unser erstes Thema, nämlich die Diskussion um die Rechtslage im Bereich der Organspende. Wir wollen da versuchen, diese Diskussion mal ein bisschen offen zu führen, denn wir haben das vor einigen Monaten ja bereits einmal angeschnitten, dieses Thema und da gab es ein bisschen das Feedback, dass wir dazu deutlich Position bezogen haben und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir diese Diskussion jetzt mal ganz bewusst mit, wir haben so gesagt, mehr Fragezeichen und so ein bisschen mehr Offenheit. Ja, das war ja insgesamt auch so ein bisschen das Feedback von euch, dass ihr manchmal euch so in unseren Themenblöcken ein bisschen mehr Debatte und ein bisschen mehr Fragezeichen und ein bisschen mehr Luft gewünscht hättet. Und genau, kann man ja auch mal so zur breiteren Diskussion stellen, wie das so die anderen sehen, die sich da noch nicht gemeldet haben. Aber kommen wir mal eben zu den Fakten, also Organspenden, wir haben das wie gesagt in der Lage 109 auch schon mal beörtert, könnt ihr auch nochmal reinhören, ist verlinkt. Es gibt in Deutschland halt 9400, manche sagen 10.000 irgendwas in der Größe Menschen, die halt auf ein Spenderorgan warten, weil ihre eigenen Organe nicht mehr funktionieren und im vergangenen Jahr wurden aber nur 3599 Transplantationen durchgeführt. Viele Organe kamen dafür aus dem Ausland, denn 2017 gab es in Deutschland nur 955 Spender, das ist zwar ein Plus von 20 Prozent, Entschuldigung, 2018 gab es 955 Spender in Deutschland, das ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr 2017 von 20 Prozent. Auch die Zustimmung zur Organspende, die scheint sehr groß zu sein, 84 Prozent, so hoch wie nie zuvor. Auch die Menschen, die einen Organspendeausweis haben, die wächst, 2012 waren das noch 22 Prozent, 2018 waren es 36 Prozent. Dennoch, Karl Lauterbach und einige andere, also Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion, der sagt, es sterben jedes Jahr um die 2000 Menschen auf dieser Warteliste, weil sie eben kein Organ bekommen. Und da hatten wir bei der letzten Lage den Punkt gemacht, ja, das Problem sehen wir, es liegt aber auch und vor allem daran, dass die Infrastruktur in den Krankenhäusern nicht richtig funktioniert. Und da hat die Bundesregierung dieses Problem jetzt in Angriff genommen, denn seit dieser Woche, seit dem ersten April ist ein neues Gesetz in Kraft, nämlich das zweite Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes. Und das soll die Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern eben verbessern für Spende. Also es gibt Transplantationsbeauftragte mit Zeit und auch Rechten sozusagen Zugang zu Patienten, Zugang zu Transplantationen. Die Kosten für diese Beauftragten sollen den Krankenhäusern erstattet werden. Die Krankenhäuser müssen Workflows aufbauen, wie sie halt Menschen identifizieren, die potenziell als Organspender taugen, um auch sozusagen den ganzen rechtlichen Workflow abzuwickeln. Und das müssen sie auch dokumentieren, das kostet natürlich Geld und dafür bekommen die Krankenkassen aber auch Geld. Und auch dieses, es soll sozusagen auch ein bundesweites Dokumentationssystem aufgebaut werden. Also da ist zumindest, das wäre jetzt hier mein Punkt, wir wissen noch nicht, wie dieses Gesetz wirkt, aber zumindest dieser Teil des Problems, der Infrastruktur, um potenzielle Spender und Spenderorgane ausfindig zu machen, das muss ja dann auch super schnell gehen, dieses Problem hat die Bundesregierung jetzt, ist sie angegangen, um eben schneller Spender zu erkennen. Transparency International sagt, mit diesem Gesetz wird Druck aufgebaut auf das Personal, auf die Ärzte, auf den Krankenhäusern. Um eben Spender zu identifizieren, um eben, sagen wir mal, Druck auszuüben, auch das Organ dann zu spenden und auch Druck ausgeübt zu einer belastenden Hirntotdiagnose. Also und da kann man nur sagen, man muss halt mal abwarten, wie dieses Gesetz wirkt. Tatsache ist, ja, Kostenanreize haben Rieseneffekte in Krankenhäusern, wenn es für irgendwas Geld gibt, dann sieht man an den Statistiken, dass das auch, sagen wir mal, operiert und verabreicht und stärker umgesetzt wird. Aber ich würde mal sagen, Problem erkannt, es ist angegangen worden und jetzt muss man auf die Umsetzung warten. Ja, ganz genau, denn immerhin wäre ja denkbar, dass diese Art und Weise das Handling sich so ein bisschen professionalisiert und Spenderinnen und Spender jedenfalls nicht mehr unerkannt bleiben. Das wäre, denke ich mal, eine ganz wichtige Maßnahme und diese Maßnahme aus dem zweiten Transplantationsgesetz, die steht natürlich auch in einem gewissen Zusammenhang zwischen einem, zu einem neuen Gesetzentwurf, den der Bundesgesundheitsminister jetzt vorgelegt hat oder vorlegen möchte. Das ist aus den öffentlichen Statements noch nicht so ganz deutlich geworden. Da soll nämlich eine doch rechtlich ganz bemerkenswerte Änderung geregelt werden. Denn bislang ist es ja so, dass Organe nur dann entnommen werden können, einem gestorbenen Menschen, einem hirntoten Menschen, wenn dieser Mensch dem entweder ausdrücklich zugestimmt hat, zum Beispiel indem er einen Organspenderausweis bei sich führt oder wenn seine Angehörigen, seine nächsten Angehörigen zugestimmt haben. Aber nicht etwa, weil sie das selber super finden, sondern weil sie davon ausgehen, dass es dem Willen dieses Verstorbenen entspricht. Und wie gesagt, das ist die bisherige Lage, das will der Bundesgesundheitsminister jetzt ändern. Er möchte nämlich eine Widerspruchslösung einführen. Das heißt, die Default-Einstellung soll sein, wenn man sich gar nicht dazu geäußert hat, zur Frage der Organspende, dann soll eine Organspende zulässig sein. Das heißt also, das Regelausnahmeverhältnis wird umgekehrt, nicht wie heute, normalerweise nein, es sei denn, es gibt ein Ja, sondern normalerweise ja, es sei denn, man hat sein Nein dokumentiert. Und um dieses Nein dokumentieren zu können, quasi deutlich machen zu können, sollen aber alle Personen ab 18 Jahren ausdrücklich informiert werden und auch gegebenenfalls als Spender registriert werden. Das ist schon eine, denke ich, ganz erhebliche Änderung der Rechtslage. Genau, also ich glaube, sie sollen nicht gegebenenfalls registriert werden, sondern sie sollen registriert werden. Sie sollen informiert werden und sozusagen dann wirst du registriert, es sei denn, du widersprichst. Also wer zu Lebzeiten Nein sagt, wird eben kein Organspender. Wenn man schweigt, wird man Organspender. Und dieser Widerspruch, der soll eben in diesem bundesweiten Register auch dokumentiert werden. Und diese Einträge in diesem Register können eben Betroffene selbst erstellen, bearbeiten und eben auch löschen. Ich dachte nämlich nur, dass nur das Nein wird dokumentiert, oder? Oder soll quasi jeder eingetragen werden mit einem Ja, es sei denn, er sagt was und dann Nein. Das ist glaube ich noch nicht so richtig deutlich. Das ist noch nicht richtig deutlich, zumindest wissen wir das nicht. Aber ich denke, das ist eine Detailfrage. Du musst widersprechen, wenn du kein Organ spenden willst. Im Zweifel werden die Angehörigen befragt. Aber da geht es auch nicht darum, was der andere Gehörige findet, sondern er muss quasi den Willen des Toten oder der Toten glaubhaft machen. Also er muss irgendwie sagen können oder sie, ja, die hat ihren Willen geändert und die will ihr Organ oder sein Organ nicht spenden. Und deswegen heißt das Ding doppelte Widerspruchslösung, weil einmal der Betroffene oder die Betroffene selber, jeder selber widersprechen kann, aber eben auch die Angehörigen, wenn sie deinen Willen deutlich machen können. Und Jens Spahn sagt, es gebe eine Verpflichtung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und er sagt, ja, das ist ein Eingriff in die Freiheit. Aber dazu steht er quasi. Aber dazu steht er. Das ist sozusagen seine Güterabwägung. Dazu können wir auch gleich noch ein bisschen was sagen. Und er sagt auch, die Mehrheit der EU-Länder hat so eine Widerspruchslösung. Das ist jetzt allerdings nicht die einzige Idee, die in diesem Kontext diskutiert wird. Wie gesagt, eine Idee, nämlich bessere Organisation in den Krankenhäusern, ist schon umgesetzt. Und es gibt noch eine weitere Idee, die als mildere Alternative zu dieser Widerspruchslösung von Jens Spahn gehandelt wird. Unter anderem Annalena Baerbrock von den Grünen und Ulla Schmidt von der SPD stehen hinter dieser Idee. Sie sagen nämlich, ja, das ist richtig. Jeder erwachsene Mensch muss sich mal damit beschäftigt haben. Aber wir können nicht einfach das Schweigen, wenn man dazu keine Aussage trifft, als ein Ja werten. Wir können nicht sagen, es muss zwingend ein Nein dokumentiert werden, sondern sie wollen die Menschen verbindlich fragen. Sie wollen also zum Beispiel beim Beantragen eines Personalausweises zugleich die Frage stellen, wie hältst du es mit der Organspende? Und wenn sie denn das Dokument abholen, dann sollen sie gebeten werden, das Ja oder das Nein zu dokumentieren. Und da wiederum würde man so jedenfalls die beiden Frauen, die dahinter stehen hinter dieser Idee, 84 Prozent der Deutschen erreichen, die ja eigentliche Organspende willig seien, aber aus irgendwelchen Gründen diesen eigentlich positiven Willen dieses Ja nicht so richtig dokumentieren. Also zum Beispiel, indem sie ihren Angehörigen das nicht sagen und auch keinen Organspendeausweis bei sich führen. Das gilt natürlich auch für diese andere Lösung. Alle Leute, die unentschieden sind und sich nicht kümmern, die kriegst du natürlich auch mit dieser doppelten Widerspruchslösung. Das auf jeden Fall, aber da hast du natürlich bei der doppelten Widerspruchslösung, musst du ja irgendwie mit einer Fiktion arbeiten. Du arbeitest nämlich letztlich mit der Fiktion, dass die Leute Ja gesagt hätten, es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich. Und da muss man sagen, finde ich, wird die Selbstbestimmung in diesem Vorschlag von Adelina Baerbock und Ulla Schmidt schon etwas höher gehalten, indem man nämlich die Menschen zwar zwingt, sich zu entscheiden, aber dann letztlich eben tatsächlich auf der Basis einer echten Entscheidung und nicht nur letztlich einer Unterstellung arbeitet. Also, aber das war auch ein bisschen Kritik von euch, als wir das das letzte Mal diskutiert haben. Wir haben nicht über die Frage geredet, was heißt eigentlich Tod? Also und da gibt es ja im Kern diese zwei Definitionen. Es gibt einmal den Herztod und einmal den Hirntod. Herztod heißt, Herz schlägt nicht mehr und das ist aber hier in Deutschland nicht das Kriterium. Es gibt Länder, wo der Herztod das Kriterium ist, um jemandem Organe entnehmen zu können. In Deutschland ist das Kriterium, der Hirntod muss diagnostiziert sein und auch nicht nur, glaube ich, von einem Arzt, sondern von zwei Ärzten und Ärztinnen muss das diagnostiziert werden. Und der Hirntod besagt eben, es gibt keine Hirnsignale. Das Interessante daran ist aber, dass das Herz noch schlagen kann, oder? Ja, richtig. Das ist ganz interessant. Das Herz kann durchaus noch weiter schlagen, auch wenn sich keine Hirnströbe mehr messen lassen. Also man muss zunächst mal wissen, der medizinisch wesentliche Unterschied zwischen beiden Todesdefinitionen ist, dass der Herztod grundsätzlich revisibel ist. Das heißt also, wenn man keinen Puls mehr hat, wenn das Herz nicht schlägt, zum Beispiel wegen eines sogenannten Kammerflimmerns, was im Prinzip nervöse Zuckungen des Herzens sind, wo aber kein Puls mehr zustande kommt, das ist revisibel. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus irgendwelchen Filmen. Das ist der Kern solcher von Reanimationen zum Beispiel oder insbesondere von Defibrillationen. Diese Elektroschocks, die man manchmal im Film sieht oder in Krankenhausszenen oder so, der dient im Wesentlichen dazu, eben so einen Kammerflimmern aufzuheben und das Herz dazu zu bringen, wieder elektrisch in einen bestimmten Takt zu schlagen und damit auch wieder einen Puls zu produzieren. Jetzt mal ganz einfach gesagt, ich hoffe, es ist jetzt kein Mediziner vom Stuhl gefallen, aber das ist denke ich im Kern das, worum es geht. Das heißt also, wenn man als Todesdefinition auf den Stillstand des Herzens abstellt, dann muss man sagen, das ist eigentlich noch wieder rückgängig zu machen, jedenfalls für ein bestimmtes Zeitfenster. Also irgendwann wird natürlich dann, wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert und kein Sauerstoff mehr zu den Organen und zum Herzen transportiert wird, irgendwann ist das dann auch nicht mehr revisibel. Aber jedenfalls grundsätzlich für ein paar Minuten kann man einen Herzstillstand noch rückgängig machen. Deswegen ist diese Todesdefinition nicht so ganz eindeutig. Und das ist bei der Hirntoddefinition anders. Also ein völliger Ausfall der Hirnfunktion ist jedenfalls nach bisherigem Stand der medizinischen Wissenschaft nicht so ohne weiteres wieder rückgängig oder gar nicht mehr wieder rückgängig zu machen. Das heißt, das ist tatsächlich eine Einbahnstraße. Und deswegen eignet sich diese Hirntoddefinition eben besonders gut, um festzustellen, dass ein Mensch tatsächlich verstorben ist. Aber das führt dann zu diesen, wie soll ich sagen, etwas irritierenden Situationen, wo jemand in einem Bett liegt, warm ist, nach allem äußeren Anschein ein lebender Mensch, der natürlich beatmet werden muss, aber dessen Herz noch schlägt. Der aber zugleich keine Hirnfunktion hat und deswegen aus medizinscher Perspektive als tot gilt. Okay, also lass uns doch mal überlegen, für welche Variante, für welche Regelung wir jetzt sind. Ich dachte vielleicht, das steht jetzt hier nicht im Skript, aber ich habe mal einen Ton von Jens Spahn rausgesucht, der vielleicht so als Kick-Off dafür ganz brauchbar ist. Nämlich der hat hart, aber fair sich dazu geäußert, was übrigens eine ganz interessante, sachliche, durchaus erkenntnisgetriebene Diskussion war. Wir verlinken die Show mal in den Shownotes. Aber da hat Jens Spahn sich folgendermaßen geäußert. Unser Vorschlag sieht auch vor, dass jeder, erst mal wenn es in Kraft tritt und auch jeder, der dann entsprechend alt wird, dreimal persönlich angeschrieben und informiert wird, die Rechtslage, wenn Sie sich nicht äußern, ist, Sie gelten als Organspender. Also, weil Sie es nicht wollen, bitte äußern. Und ich finde, es ist die Abwägungsfrage, kann man das sozusagen erwarten, angesichts von 10.000 Menschen, die warten, angesichts des Umstandes, dass wahrscheinlich die allermeisten jedenfalls, wenn sie selbst in der Situation wären, voller Hoffnung und Verzweiflung auf ein Spendeorgan warten würden oder für die eigenen Familienangehörigen auch erhoffen würden, dass es das gibt. Kann man dann dieses Stück Freiheit einschränken, zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Das ist ja die Freiheitseinschränkung. Zu sagen, du musst dich aber damit beschäftigen, du kannst Nein sagen, gar kein Problem. Aber wenn du nicht Nein sagst, gehen wir davon aus, dass du Organspender bist. Und das ist ein, das bestreite ich gar nicht, ein Stück Eingriff in die Freiheit. Aber ich finde, es ist gerechtfertigt durch diese Situation, die wir ja gerade auch beschrieben bekommen haben und die Folge, die das für die Betroffenen hat, die eben am Ende sonst gar keine Wahl haben. So, also ich finde, da hat er ein paar wichtige Punkte angesprochen. Also er sagt, das eine Argument ist ja, also, dass das ein Eingriff in die, in die, in die, sagen wir mal, individuelle Freiheit und die körperliche Unversehrtheit ist, ist, denke ich, unbestritten. Die Frage ist, ist es gerechtfertigt? Und ich finde, er hat hier zwei wichtige Punkte genannt. A, so eine Art, man könnte sagen, Solidarität, weil wir beide erwarten würden, wenn wir im Krankenhaus liegen und wir brauchen ein Spenderorgan, dann würden wir das, denke ich, nehmen, wenn es uns von den Ärzten angeboten würde. Ist dann daraus die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass wir alle, wenn wir nicht explizit widersprechen, auch selber Spender werden? Was denkst du darüber? Ja, ich denke in der Tat, dass es eine sehr schwierige ethische Diskussion ist. Ich würde aber schon ein kleines Fragezeichen hinter diesen Eingriff machen, Philipp, den du gerade genannt hast. Man muss ja eben sich immer vor Augen führen, dass in dieser Situation die Menschen, denen Organe entnommen werden sollen, aus rechtlicher Perspektive schon tot sind. Das heißt also, jedenfalls kann man länger diskutieren über diesen Eingriff in die körperliche Integrität. Man kann sich ja schon die Frage stellen, ob diese körperliche Integrität nicht eigentlich nur den lebenden Menschen schützt. Ich will da jetzt keine abschließende Entscheidung sagen. Aber das ist zumindest nicht klar, ja? Das ist zumindest nicht klar. Das ist zumindest nicht klar und ich habe auch keine klare Aussage zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts dazu gefunden. Was es natürlich gibt, was über den Tod hinausreicht, ist das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. Also quasi so eine Art sozialer Geltungsanspruch. Ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch den Straftatbestand der Leichenschändung. Ja, man kann ja nicht, man kann einfach nicht mit verstorbenen Personen irgendwie in ehrender Weise umgehen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in ein Leichenschauhaus einbreche und da irgendwelchen Schabernack treibe, dann mache ich mich möglicherweise auch strafbar unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, das heißt also, ein gestorbener Mensch ist jetzt nicht so, ich glaube der Straftatbestand heißt offiziell, glaube ich, Störung der Totenruhe. Ich habe nicht nachgeguckt, ich meine, so ist es. Auf jeden Fall, da gibt es schon noch sowas wie einen rechtlichen Schutz, aber vor allem eben auf einfachrechtlicher Ebene und verfassungsrechtlich ist das gar nicht so ganz einfach abzubilden. Also da... Wirst du schon mal ein Fragezeichen machen, ob das überhaupt da ein Eingriff in die Freiheit ist, wenn man nach dem Tod... Also jedenfalls in die körperliche Integrität, darüber kann man jedenfalls lange diskutieren, bei dem Persönlichkeitsrecht ist es ein bisschen klarer. Aber jedenfalls muss man deutlich sagen, nach dem Tod des Menschen sind diese grundrechtlich geschützten Positionen jedenfalls deutlich schwächer. Ja, und denn im Prinzip muss man sagen, stehen grundrechtliche Abwehrrechte gegen den Staat eben Menschen zu und bei Leichen ist das alles so ein bisschen was anderes. Ich denke, diesen Unterschied sollte man zumindest benennen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, es gibt da gar keinen abwehrrechtlichen Schutz gegen staatliche Eingriffe, aber es ist zumindest alles nicht mehr... Einfach nicht mehr dasselbe, ob ein Mensch noch lebt oder schon tot ist. Und dann denke ich, wenn man sich das vor Augen führt, muss man auf der anderen Seite sehen, dass der Staat mit dieser Umkehrung des Regelausnahmeverhältnisses, im Regelfall ja statt im Regelfall nein, denke ich, einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwohl leistet. Einfach weil wir davon ausgehen können, dass dann natürlich mehr Spenderinnen und Spender zur Verfügung stellen werden. Und du hast es eben gerade angesprochen, jeder Spender ist eben auch ein potenzieller Empfänger und das führt, denke ich, schon dazu, dass wesentlich mehr Menschen geholfen werden kann, die heute auf diesen Wartelisten stehen. Und zumal ich finde auch, also es gibt ja diesen Einwand, du musst dich damit beschäftigen und du kannst das Schweigen nicht als Ja werden. Ja, das ist natürlich ein wesentliches Argument. Also, wo ich aber sagen würde, ja, das ist, ich meine, schreit Herbert Prantl auch in der Süddeutschen, das sei ein rechtlich total neues Konstrukt, das Schweigen als Ja gewertet wird. Es würde ja auch, das war sein Beispiel, das Haus, was weiß ich, wenn du ein Haus besitzt und du stirbst, das wird ja nicht in die Hände des Staates übergeben, um da Obdachlose zu beherbergen. Ja, aber das ist ein schiefes Beispiel, ich finde, das ist ein schiefes Beispiel, aber man kann, glaube ich, das rechtliche Problem auch an diesem Prantl-Beispiel sehr schön erläutern, denn wenn man stirbt und ist Eigentümer eines Grundstücks, ja, Häuser kann man nicht besitzen, aber man ist Eigentümer eines Grundstücks und dieses Grundstück kann möglicherweise mit einem Haus bebaut sein, dann ist es ja gerade nicht so, dass der Staat dann erst groß fragen muss, was du denn wohl gewollt hättest. Sondern im Gegenteil, der Staat hat auch in dieser Situation eine Art Default-Lösung für dich gewählt oder für dich geregelt. Nämlich diese Erbenregelung. Genau, im bürgerlichen Gesetzbuch gibt es einfach das Konzept des gesetzlichen Erben oder in den meisten Fällen, je nach persönlicher Situation, ist es eben so, dass es mehrere gesetzliche Erben gibt. Das heißt also, es ist gerade nicht so, dass der Staat immer fragen muss, sondern der Staat kann in bestimmten Situationen und muss das wahrscheinlich auch eine bestimmte rechtliche Regelung treffen, was eintreten soll, wenn man sich mit seiner persönlichen Situation nicht beschäftigt. Und an dieser Stelle mal der klare Appell, es ist glaube ich für jeden sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, über welche Rechtslage eigentlich gilt, wenn man stirbt. Denn die gesetzliche Erbfolge, wie das so schön heißt, ist in den allerseltensten Fällen interessengerecht. Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass eine testamentarische Regelung wesentlich interessengerechter ist, vielmehr das abbildet, was man selber eigentlich wollen würde und vor allem Konflikte zwischen den Hinterbliebenen vermeiden hilft. Und deswegen an dieser Stelle der deutliche Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die über mehr verfügen als ein Taschengeld, sich zwei Minuten Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich die gesetzliche Erbfolge aussieht und ob das überhaupt das ist, was man will. Und im Zweifel ein Testament zu machen, das kann man nämlich einfach selber handschriftlich. Man muss einfach nur ein Blatt Papier nehmen und draufschreiben, mein Testament, Datum, Unterschrift und schreiben, was man gerne geregelt haben möchte. Das dauert nicht lange, aber es hilft im Regelfall einfach dazu Dinge zu vermeiden, die man nicht will. Also wie gesagt, der Staat muss ohnehin in vielen Situationen Regelungen treffen und das tut er eben auch im Erbrecht. Deswegen ist dieses Beispiel von Herbert Prantl ziemlich aus der Luft gegriffen. Ich finde auch, also ein weiteres Argument war, man muss sich beschäftigen und das finde ich, also ich finde, das ist zuzumuten. Ich finde, dass Menschen sich damit beschäftigen, ist zuzumuten, zumal sie sich ja nicht wirklich beschäftigen müssen, sondern sie können ja ihrem Impuls folgen. Sie können aus dem Bauch aus nein sein. Sie können aus dem Bauch aus nein sein. Nein, und wir müssen das auch nicht begründen, sie müssen sich nicht überlegen, warum und gegenüber einem Beamten oder einer Beamtin irgendwie sagen, ja, aber ich hätte und nein. Du kannst einfach sagen, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und du musst es niemandem erklären, du sagst einfach Kreuz, will ich nicht, danke. Und deswegen würde ich sagen, beschäftigen ist da ein großes Wort. Das kann man schon verlangen. Wie ich finde, das kann man schon verlangen. Das andere Argument ist, das teile ich auch nicht so ganz, dass Zwang zu einer Abwehrhaltung führt. Also das hat der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats angeführt, das hat auch Annalena Baerbock angeführt. Dieses Argument, dass dieses System der Organspende ohnehin, sagen wir mal, in einem schlechten Ruf steht, ja, weil es halt Missbrauch gegeben hat. Und Ärzte haben ihre Patienten auf diesen Listen hochgesetzt, etc., pp. Und wenn es jetzt auch noch eine Zwangsregelung gäbe, dann würde das System erst recht diskreditiert und viele würden Widerspruch einlegen und so. Das überzeugt mich nicht wirklich. Das überzeugt mich nicht wirklich. Ja, weil möglicherweise gibt es dann ein paar Leute, die dann sagen, nee, mach ich nicht. Aber viele Leute, denen es egal ist, ja, und denen es einfach egal ist, und zwar auch so egal, dass sie sich heute keinen Organspendeausweis besorgen, die würde man mit diesem System ins System kriegen, zu Spendern machen. Und wenn es ihnen dann wirklich egal ist, dann ist es auch umso besser, wenn sie dann ihre Organe den Leuten spenden können, die es gibt. Und wenn dann Leute wirklich sagen, das ist Zwang, ich will das nicht, dann widersprechen sie halt. Gut. Genau, und deswegen, wegen dieser sehr einfachen Lösung oder dieser sehr einfachen Möglichkeit, nein zu sagen, tue ich mich auch sehr schwer mit dem Wort Zwang. Ist es wirklich Zwang, wenn der Staat dir nur abverlangt, ein Opt-out zu erklären? Also kann ich persönlich nicht als Zwang erkennen, wenn es so einfach ist, wie es jetzt in dem Gesetzentwurf von Jens Spahn geplant ist, dass man einfach sagen kann, nein. Also wie gesagt, ich glaube, das ist moralisch eine sehr schwierige Frage, ob der Staat diese oder berechtigt ist, diese Default-Regelung zu treffen. Ich glaube, verfassungsrechtlich ist das relativ unproblematisch. Ich habe es angedeutet, warum? Ja, weil eben Grundrechte jedenfalls im Prinzip mal den lebenden Menschen schützen. Insofern, glaube ich, kommt man da verfassungsrechtlich nicht weiter und das ist vielleicht auch ganz gut so, ja. Also ich weiß nicht, das Grundgesetz sollte vielleicht auch solche ethischen Fragen gar nicht abschließend beantworten. Ich persönlich würde mir vielleicht sogar wünschen, dass da niemand zum Bundesverfassungsgericht rennt. Das ist wahrscheinlich keine sehr realistische Vorstellung. Aber ich finde eigentlich, das ist ein klassischer ethischer Konflikt und es ist letztlich, glaube ich, einfach nicht wahr, dass der im Grundgesetz abschließend entschieden ist. Ich glaube, das ist einfach eine ethische Entscheidung, die tatsächlich die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Volkes im Bundestag treffen müssen. Und das Schöne ist ja, auch wenn das zur Abstimmung kommt, dann wird, denke ich, der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben. Das heißt, jeder kann da tatsächlich nach seinem Gewissen abstimmen und ich denke, das wird hoffentlich eine Sternstunde des Bundestages. Es gab ja auch schon viele Situationen, wo der Bundestag sich vielleicht nicht mit Ruhm bekleckert hat, aber das könnte eine Sternstunde werden, wenn da wirklich eine offene Diskussion geführt wird. Auch nicht an Parteigrenzen entlang, ob man diese Default-Einstellung ändern sollte, ja oder nein. Die Frage ist halt, ob es nicht eine schonende Alternative gibt in Form dieses Gesetzentwurfs von Baerbock. Wenn du deinen Personalausweis beantragst und sagst, hier, ich hätte gerne Perso, da kommen die meisten nicht drum herum, dass du dann irgendwie im Wartezimmer oder du musst, ist ja auch schon ein Unterschied, ob dir die Beamtin ins Auge guckt und sagt, hier, wollen sie Organspenden, ja oder nein. Oder ob du diesen Zettel für dich irgendwo im Wartezimmer ausfüllen kannst, das macht ja auch schon einen Unterschied. Aber dass du da gezwungen wirst, einfach anzukreuzen, hier, sie müssen noch ein Kreuz machen, bitte, ja oder nein. Dann kannst du auch sagen, nee, will ich nicht, zack, Kreuz, muss sich auch nicht mit beschäftigen. Ich finde, das ist viel milder. Und ich frage mich, ob das nicht, welche Nachteile dieser Gesetzentwurf hat, da bin ich nicht drüber gestolpert. Ich habe nicht verstanden, wo da der Nachteil ist. Also ich finde zumindest ist sehr erwägenswert, ob man da nicht in Schritten vorgeht. Also wir haben ja eben schon dargestellt, ein erster Schritt ist jetzt gemacht worden mit der besseren Organisation der Krankenhäuser, mit dem Transplantationsbeauftragten. Und der zweite Schritt wäre jetzt eben quasi diese obligatorische Frage. Und ich kann da, da bin ich bei dir, Philipp, auch nicht so richtig erkennen, warum das schlechter sein soll. Der Verwaltungsaufwand ist minimal. Klar, man muss sich jetzt überlegen, wie man das dann wieder im Gesetzes technisch hinbekommt. Das Melderecht ist ja weitgehend Ländersache und wenn der Bund jetzt kommt und den Ländern da aufdrückt, sie müssten diese Frage stellen. Also das habe ich jetzt nicht im Detail durchgeprüft. Das ist im Zweifel bestimmt nicht ganz einfach, das so zu regeln, dass tatsächlich in jeder Meldebehörde tatsächlich dann diese Frage gestellt wird. Das muss man zugeben. Das ist vermutlich vom Verwaltungsaufwand her so ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, man könnte dieses von Jens Spahn ja ohnehin gewünschte Register, in dem die Jahre eine Entscheidung gespeichert werden, das Register sollte auf jeden Fall kommen, denke ich. Das würde ja auch wunderbar zusammenarbeiten mit diesen Transplantationsbeauftragtenämtern in den Kliniken. Und die Frage könnte man dann vielleicht jedenfalls mal für fünf oder zehn Jahre, bis alle Personalausweise einmal ausgelaufen sind, ich glaube die gelten maximal zehn Jahre, könnte man ja mal gucken, wie sich dann so das Verhältnis geändert hat. Und wenn man dann sieht, dass da passiert nichts, dann kann man sagen, dann schalten wir jetzt scharf. Dann schalten wir scharf, genau. Also das finde ich, wäre wahrscheinlich die grundrechtssensiblere Regelung. Insofern habe ich da persönlich große Sympathien für den Baerbock-Entwurf, denn wie du sagst, ich sehe jetzt noch keinen Nachteil gegenüber der Spahn-Lösung mit Ausnahme des wahrscheinlich höheren Verwaltungsaufwands. Aber das wiederum kann irgendwie doch in so einer ethisch heiklen Situation auch nicht das schlagende Argument sein. Ich finde auch, das ist so ein bisschen, Spahn hat da natürlich, sagen wir mal, es haben ja auch die Baerbocks dieser Weltbeklagten ein parlamentarisches Foul begangen, weil eigentlich wohl geplant war, dass die beiden Baerbock und Spahn den Gesetzentwurf gemeinsam präsentieren. Dann ist Spahn wohl vorgeprescht und dominiert natürlich jetzt mit seinem Entwurf die Debatte. Und wenn die das nämlich beide parallel präsentieren, dann wäre vielleicht und hat aber fair auch da mehr über diesen Alternativentwurf und so geredet worden. Das finde ich, kann man auch so in Sachen politischer Kommunikation hier durchaus mal festhalten. Aber wie gesagt, du hast gesagt, wahrscheinlich gibt es keinen Fraktionszwang. Die Abstimmung, wann die stattfindet, ist offen. Ich finde die Debatte, die da bisher läuft, sehr wichtig, sehr fruchtbar und auch finde ich in der Tonalität sehr angenehm. Wir bleiben da, würde ich sagen, dran. Ja, so machen wir das. Apropos dranbleiben, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Brexit-Update. Unser Klassiker, fast jede Woche müssen wir dazu was mitteilen. Das passiert ja auch viel. Es passiert ja auch wirklich viel. Auch in dieser Woche hat sich wieder eine Menge getan, denn wir können festhalten, aktuell ist der 12. April. Stand heute, statt heute, also am Stand 5. April ist der 12. April der aktuelle Brexit-Termin. Aber wahrscheinlich ist der eher nicht, denn es hat eine ganze Menge Entwicklung gegeben diese Woche. Zum einen hat das Unterhaus zwölfmal Nein gesagt. Genau, no, 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 no. Zwölfmal, also es war jetzt nicht zwölfmal, ihr wisst, was ich meine. Die haben zwölfmal Nein gesagt und zwar nämlich zu acht, quasi erstmal acht Vorschlägen. Was wollen wir denn, was wollte denn das Parlament eigentlich? Da hat sich keine Mehrheit für irgendeinen Vorschlag gefunden. Dann haben sie nochmal über vier gesondert abgestimmt. Dann haben sie auch nochmal viermal Nein gesagt. Also sie haben jetzt zwölfmal Nein gesagt, auch zu dem Deal von May ein drittes Mal Nein gesagt. Und deswegen ist nämlich aktuell der 12. April das geltende Austrittsdatum, weil ja, nur wenn diesem Deal zugestimmt worden wäre, wäre das laut EU-Rat auf den 22. Mai gerutscht. Aber, nee, auf den 22. April, glaube ich, sorry. Und, aber jetzt ist es halt der 12. April, aber sie haben auch, tatatata, einmal Ja gesagt, nämlich mit einer Stimme Mehrheit haben die ein Gesetz durchgewunken, das May zwingen soll, eine Verlängerung zu verlangen. Und zwar über den 12. April hinaus. Das muss jetzt noch durch das Oberhaus, das wurde diskutiert, aber ich glaube, es ist noch nicht beschlossen. Wahrscheinlich tritt es am Montag dann in Kraft. Und dann müsste sozusagen May sich für eine Verlängerung über den 12. April einsetzen. Und das Parlament müsste dann diese Verlängerung, so die EU zustimmt, auch abnicken. Und genau. Und jetzt ist es aber so, dass quasi die Dinge sich so ein bisschen überschlagen haben. Und jetzt hat nämlich heute May tatsächlich einen Brief geschrieben. An den lieben Donald. An den lieben Donald. Wir haben den auch den Brief verlinkt, der wurde im Guardian publiziert, Link findet ihr in den Shownotes. Und zwar nicht Donald Trump, der ist da ausnahmsweise mal nicht der Player, sondern an Donald Tusk. Der ist der EU-Ratspräsident, die aktuelle polnische Ratspräsidentschaft. Nee, polnische, nee, rumänische. Wieso ist er? Ach nee, er ist einfach so Ratspräsident, hat mit wohl nichts zu tun. Donald Tusk will, oder nee, May will eigentlich gerne verlängern bis Ende Juni. Und die Begründung dafür ist, ich bin doch gerade in Verhandlungen mit meiner Opposition, nämlich mit Jeremy Corbyn insbesondere, dem Vorsitzenden der Labour Party. Und Theresa May hat noch eine ganze Menge anderer Vorbehalte in ihren Brief eingebaut oder, wie soll ich sagen, Fußnoten an ihren Brief drangeklatscht. Sie sagt nämlich, ihr sei klar, dass alle Vereinbarungen mit der EU voraussetzen, dass der Deal, der ja schon seit Monaten auf dem Tisch liegt, letztlich ohne Nachverhandlungen angenommen wird. Und ihr ist außerdem klar, dass eine Verlängerung bis zum 30.06. im Prinzip die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament voraussetzt. Wobei sie aber zugleich noch die Hoffnung hat, dass man sich in Großbritannien rechtzeitig auf eine Zustimmung zum Deal einigen kann, sodass die Wahlen wieder abgesagt werden können. Die Wahlen sollen ab dem 23. Mai stattfinden. Sie sagt, vielleicht wären wir ja vorher fertig, wir bereiten die Wahlen vor, wir würden die Wahlen vorbereiten, sodass wir notfalls daran teilnehmen könnten, aber wir wollen eigentlich vorher fertig werden und sie dann wieder absagen. Und das stimmt, sie ist mit Corbyn in Verhandlungen, mir ist nicht so ganz klar, wenn denn am Ende eh nur über den Deal abgestimmt wird, was die da jetzt genau verhandeln. Wahrscheinlich irgendwie Absichtsgeschichten A, wie man den Deal durchkriegen kann, so wie er mehr oder weniger besteht und was dann hinterher passiert. Weil das haben wir ja auch schon oft gesagt, dieser Deal ist der Deal, dann ticken halt zwei Jahre, aber es sind wahnsinnig viele Fragen noch offen, die danach verhandelt werden müssten. Und vielleicht geht es halt bei diesen Verhandlungen zwischen May und Corbyn darum, was machen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt den Deal so abnicken, worauf laufen wir denn danach hinaus? Was wollen wir danach? Das haben wir ja schon ganz oft gesagt, also wenn man so Deal hört, dann klingt das ja zunächst mal so, als sei damit dann alles geklärt. Das Problem ist ja, dass der Deal, der bislang ausgehandelt worden ist zwischen Großbritannien und dem Rest der EU, im Wesentlichen eine Verschiebung darstellt. Das heißt, der Deal regelt in ganz vielen Rechtsbereichen, es bleibt alles erstmal beim Alten bis Ende 2020 und dann schauen wir mal. Das heißt also, eigentlich würde auch der Deal nur dazu führen, dass der Brexit so ein bisschen herausgeschoben wird und ganz viele Dinge noch offen sind und ganz, ganz, ganz schnell dann geregelt werden müssen. Weil natürlich dann Ende 2020 tatsächlich sowas wie eine harte Deadline droht. Das heißt, auch dieser Deal ist in vielerlei Hinsicht Augenwischerei, aber immerhin könnte es natürlich sein, dass Theresa May mit Jeremy Corbyn darüber reden möchte, was denn die britische Position sein könnte in den notwendig anstehenden Verhandlungen quasi, um diesen Deal abzulösen. Der Deal ist also gerade keine dauerhafte Regelung des Verhältnisses zwischen Großbritannien und der EU, sondern der Deal ist auch nur eine Übergangsregelung. Es könnte sein, dass die beiden so ein Verhandlungsmandat für die dauerhafte Lösung stimmen. Wenn die sich dann einig werden, dann stimmen wir dem Deal zu, dann ist es durch, dann sind wir raus und dann haben wir aber einen Plan ausgearbeitet, was denn in diesen Verhandlungen danach passieren soll. Was natürlich dann wiederum auch eine Rechnung ohne den Wirt wäre, weil man ja überhaupt nicht weiß, ob die EU irgendwelche Deals zwischen May und Corbyn wiederum mittragen würde. Also das ist, es bleibt ehrlich gesagt alles ein, wie soll ich sagen, ein weiter vorhangeln am Rande der Seriosität, das muss man schon ehrlich sagen. Niemand kann in London wirklich alleine entscheiden, was passieren soll. Außer sie treten aus. Außer sie sagen Exit von Brexit. Außer sie sagen, wir ziehen das zurück. Das ist das Einzige, was sie selber in der Hand haben. Das sind die beiden Dinge, die können sie tun. Sie können jetzt halt einen harten Brexit passieren lassen. Will keiner. Will keiner, aber das könnten sie theoretisch machen. Oder die andere Lösung wäre eben tatsächlich der Exit von Brexit. Wobei, du sagst, keiner will den harten Brexit. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ich bin ja in London gerade, ich habe mich jetzt noch ein bisschen umgehört und es ist schon so, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dass es gerade in der konservativen Partei eine ganze Reihe von Leuten gibt. Gerade so Angehörige der britischen Elite, ja Absolventen von Elite-Universitäten, die in sehr guten Anwaltskanzleien oder in der Finanzindustrie arbeiten, die sagen, ach dieser harte Brexit könnte möglicherweise doch eine ganz gute Idee sein. Das sind halt einfach Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und die sich der Illusion hingeben, dass das ihren finanziellen Interessen unterm Strich sogar zuträglich sein könnte. Und zwar einfach deswegen, weil es möglicherweise ihren innenpolitischen Einfluss in Großbritannien erstärkt, wenn eben kein Einfluss auf die britische Politik mehr aus Brüssel genommen werden kann. Also wir dürfen nicht, wir müssen da fortsetzen, es gibt auch gerade in der Unterhausfraktion der Tories, gibt es einen Kern von harten Brexiteers. Genau, aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, dieser harte Brexit ist etwas unwahrscheinlicher geworden, auch weil Donald Tusk eine Flex-Tension ins Spiel gebracht hat. Also das ist im Kern, würde ich sagen, das, was May auch vorgeschlagen hat, nur für eine andere Frist. Also Donald Tusk sagt, wir machen, wir könnten eine Flex-Tension vereinbaren nächste Woche, wenn die Staats- und Regierungschefs sich treffen, um eben zu beraten, wie es weitergehen soll. Und seine Idee ist, wir verlängern um ein Jahr, nicht bis zum 30. Juni, wie May sagt, sondern um ein Jahr. Aber auch, wie May sagt, ihr könnt jederzeit raus, wenn ihr diesem Deal zustimmt. Die Folge bei dieser Flex-Tension wäre aber ziemlich zwangsläufig, dass Großbritannien an den EU-Wahlen teilnehmen müsste. Aber so ist die Vision von Tusk, wenn ihr denn vorher austretet, also im Vorablauf dieses einen Jahres, dann würden auch die britischen Mitglieder des Europaparlaments, die frisch gewählten, das Parlament wieder verlassen und ersetzt werden durch Nachrücker aus anderen Staaten. Ja, das Problem ist, also da wird ja jetzt wirklich frei jongliert, ja, mit wir stimmen hierzu und wir machen da noch einen Knoten dran und hier noch einen Tag länger und dann ist das im Artikel 50 so vorgesehen? Ja, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage. Im Text des Artikels ist natürlich dieser Fall nicht ausdrücklich geregelt. Der Text des Artikel 50 sieht vor, dass die EU-Verträge auf den betroffenen Staat, also in diesem Fall Großbritannien, ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der Mitteilung keine Anwendung erfinden. Das sind so die beiden Normalfälle, Inkrafttreten eines Austrittsabkommens oder zwei Jahre. Beides ist bislang nicht passiert und dann heißt es weiterhin, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig diese Frist zu verlängern. Und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt eine Flex-Tension macht für ein Jahr, geht dann diese Einjahresfrist beiden Dingen quasi vor, nämlich Inkrafttreten des Austrittsabkommens und den zwei Jahren oder bedeutet diese Fristverlängerung nur, dass sie an die Stelle der Zwei-Jahres-Frist tritt? Das ist im Text nicht so richtig klar, das heißt also man kann da auch noch so gewisse Zweifel anmelden, ob das denn tatsächlich quasi nach der Verfassung der EU so einfach möglich ist mit der Flex-Tension. Aber Philipp und ich haben das im Vorfeld schon mal besprochen, also ich glaube politisch ist der Fall klar, sobald es ein Austrittsabkommen gibt mit einer bestimmten Austrittsfrist, dann würden wahrscheinlich alle Beteiligten davon ausgehen, dass diese Frist auch gilt. Artikel 50 hin oder her, oder? Genau, das denke ich auch und wenn die sich jetzt einig werden und sagen, wir wollen um ein Jahr verlängern und niemand ist dagegen so richtig, weil die müssen das ja einstimmig beschließen, die Staats- und Regierung. Ja, das ist ja nicht das Problem, das einstimmige Beschließen des Jahres ist nicht das Problem, das Problem ist eher, ob dieses Jahr dann eine harte Frist ist, so wie sie eigentlich in Artikel 50 steht, als Zweierfrist oder ob diese Flexibilisierung auch funktioniert. Also ob die Flex-Tension wirklich dann auch funktioniert. Das ist die eigentliche Frage, dass das Ja geht ist klar, die Frage ist, ob das Ja dann quasi im Nachhinein wieder abgekürzt werden kann. Aber wahrscheinlich muss man sagen, wenn sich alle einig sind und ein Austrittsabkommen in Kraft tritt, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Kann man sich kaum anders vorstellen. Ja, aber man sieht so ein bisschen, die EU-Verträge kommen hier an ihre Grenzen, das kann man nicht anders sagen, aber auf der anderen Seite finde ich diese Lösung von Donald Tusk vergleichsweise smart. Klar, dann ist in London weiter ein Jahr Chaos und weil Theresa May ja, wie man sieht, keine Autorität mehr hat, weil es im Unterhaus nicht so richtig Mehrheiten gibt. Aber auf der anderen Seite muss dann nicht quasi im Zwei-Wochen-Takt der Brexit verschoben werden. Insofern finde ich diese Lösung von Donald Tusk eigentlich ziemlich smart, auch wenn sie so ein bisschen Druck von London nimmt, was wiederum ein Nachteil sein kann, weil die es dann natürlich monatelang nicht schaffen werden, sich zu einigen. Das ist absehbar, aber immerhin muss dann nicht ständig neu der Brexit verschoben werden. Also eine Prognose kann man auf keinen Fall geben. Ich denke, es wird verlängert werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass am Freitag die da austreten. Wenn schon beide Seiten eine Verlängerung wollen und die Frage nur ist bis zum 30. Juni oder um ein Jahr. Aber da glaube ich, wage ich jedenfalls keine Vorhörer auf. Was da von den beiden Varianten kommt, man weiß nicht. Nee, das weiß man wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das macht keinen Sinn, sich da festzulegen. Ich denke auch, wir sollten einfach an der Stelle, glaube ich, den Brexit-Teil einfach beschließen. Denn es ist ja auch irgendwie nicht so richtig seriös, wenn wir jetzt versuchen, mehr Klarheit reinzubringen, als einfach ist. Wir können auch nur darstellen, das sind die verschiedenen Optionen, das sind die Stellschrauben, an denen die Akteure drehen können. Und ich denke, wir bleiben da auch am Ball. Genau wie bei der Urheberrechtsrichtlinie, Philipp, auch da bleiben wir am Ball. Da gibt es nämlich doch noch Neuigkeiten. Ja, also es war ja, das hatten wir ja auch schon angedeutet, deswegen nehmen wir das jetzt ja auch nochmal rein. Das Parlament hat zugestimmt, aber damit war halt die letzte Messe noch nicht gesungen. Viele haben gesagt, okay, das Ding ist jetzt durch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding durchgeht, ist recht hoch, aber es ist eben noch nicht wirklich abgemacht. Denn auch der Rat, nicht nur das Parlament, sondern auch der Rat, also die Vertretung der Mitgliedsländer, der Exekutiven, muss dieser Urheberrechtslinie noch zustimmen. Und dieser Termin, der steht nämlich jetzt an, der ist entweder am 9. oder am 15. April, das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Und da muss halt dieser Richtlinie zugestimmt werden, und zwar in der sogenannten doppelt qualifizierten Mehrheit. Da sind wir jetzt mal so ein bisschen drüber hinweggehuscht, wir sollten das ein bisschen erklären. Und das heißt, zustimmen müssen 55 Prozent der Mitgliedstaaten, das heißt in der Praxis 16 von 28 Ländern müssen zustimmen. Und zusammen, also das ist eine Unbedingung, zusammen müssen diese zustimmenden Staaten 65 Prozent der Bevölkerung der Union repräsentieren. Und das heißt, Ulf? Das heißt, ohne Deutschland gibt es keine Mehrheit bei dieser Abstimmung im Rat. Das ist also sehr spannend, wie stimmt Deutschland ab? Gerade weil bei den anderen Mitgliedstaaten ziemlich klar ist, dass da niemand mehr umfallen wird oder niemand mehr seine Meinung ändern wird. Bei Deutschland ist das aber gerade die spannende Frage. Inhaltlich zuständig wäre Katharina Barley, aber es gibt jetzt in nächster Zeit keinen Rat der Justizminister. Das ist auch durchaus üblich, dass Minister abstimmen im Rat über Themen, die eigentlich nicht in ihr Portfolio gehören. Also über fachfremde Sachen. Sehr wahrscheinlich ist eine Abstimmung durch die Agrarministerin Julia Klöckner am 15. April. Aber die deutschen Vertreter im Rat können nicht einfach machen, was sie wollen, sondern sie bekommen für ihr Abstimmungsverhalten eine Weisung aus Berlin. Macht Sinn, wenn sie inhaltlich gar nicht zuständig sind, dann müssen sie natürlich wissen, was sie zu tun haben. Und diese Weisung wird in Berlin zwischen den Ministerien abgestimmt. Ich war diese Woche in Brüssel, habe mich da nochmal mit ein paar Experten unterhalten. Unter anderem aus der deutschen Vertretung in Brüssel, quasi der deutschen Botschaft bei der Europäischen Union. Habe mich da mal schlau gemacht, wie das genau funktioniert. Also diese Weisung wird zwischen den deutschen Ministerien abgestimmt und kommt dann von dem zuständigen Fachminister. Also Katharina Barley stimmt sich jetzt ab mit ihren deutschen Ministerkollegen, Kolleginnen und funkt dann nach Brüssel oder an denjenigen, der halt hinfährt nach Brüssel. So und so soll abgestimmt werden. Und da muss man sich einigen. Das heißt, es gibt da im Prinzip nur ein Ja oder ein Nein. Und wenn man sich nicht einigen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Dann kann das Kanzleramt Angela Merkel die Richtlinienkompetenz wahrnehmen und sagen, ist mir wurscht, ihr könnt euch nicht einigen, wir machen das so. Oder es gibt halt keine Weisung. Und wenn es keine Weisung gibt, dann muss sich Deutschland im Rat enthalten. Und Folge einer solchen Enthaltung wäre, bei der doppelqualifizierten Mehrheit zählt die Enthaltung als Enthaltung. Aber wenn Deutschland nicht mit Ja stimmt, fehlt die Mehrheit. Mit anderen Worten, wenn es in Berlin einen Dissens gibt zwischen den Ministerien, bedeutet das, dass Deutschland im Ergebnis nicht dafür stimmt. Dann fehlt die Mehrheit, dann fällt die Richtlinie durch. Das heißt also im Ergebnis, die SPD-Ministerin und Minister Katharina Barley, Hubertus Hayek oder auch Frau Giffey können verlangen, dass sich Deutschland im Rat enthält. Das kommt einem Nein gleich, dann wäre die Richtlinie gescheitert. Es sei denn, es sei denn Merkel sagt, wir stimmen zu. Genau, das heißt Merkel könnte die Richtlinienkompetenz ziehen oder Julia Knöckner könnte einfach bei ihrer Abstimmung, die wird wahrscheinlich abstimmen, den Schmidt machen. Wie Glyphosat Schmidt vor zwei Jahren und einfach entgegen der Weisung oder der fehlenden Weisung aus Berlin trotzdem zustimmen. Das sind natürlich noch zwei, zwei extremen Lösungen, die die CDU wählen könnte. Aber zunächst mal muss man deutlich sagen, die SPD-Ministerinnen und Minister haben das noch in der Hand. Haben sehr großen Einfluss zumindest. Sie haben sehr großen Einfluss. Ja, sie können zumindest nochmal Positionen beziehen. Und da, man könnte jetzt also ja eigentlich denken, die haben sich öffentlich kritisch geäußert zur Richtlinie. Es steht im Koalitionsvertrag, ja, wir wollen keine Uploadfilter. Und es steht, es gibt außerdem noch einen Beschluss des SPD-Parteirats von vor ein paar Tagen, wo auch nochmal festgelegt wurde, wir wollen keine Uploadfilter. Und das Problem ist aber natürlich, das bringt die SPD in ein Dilemma. Wenn sie jetzt deutlich sagen, nein, wir stimmen da nicht zu, dann könnte die CDU das, wie gesagt, auf zwei Weisen oder die CDU-CSU auf zwei Weisen letztlich doch wieder überstimmen. Nämlich entweder über die Richtlinienkompetenz von Angela Merkel oder indem Julia Knöckner einfach trotzdem zustimmt, wie gesagt, den Schmidt macht. Und dann hat die SPD natürlich auch ein Problem. Dann kann sie diesen Koalitionsbruch der Union entweder hinnehmen oder sie muss die GroKo verlassen. Beides keine coolen Optionen. Aber aus diesen ganzen Gründen stand so ein bisschen zu befürchten, dass die SPD doch wieder umfällt und letztlich doch für Uploadfilter stimmt. Und genau das ist in diesen Tagen passiert. Katharina Barley hat, wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag gemeldet hat, den anderen Ministerien vor, zuzustimmen. Katharina Barley, die öffentlich immer sagt, ne, Uploadfilter geht ja alles gar nicht, schlägt jetzt vor, lass uns doch einfach zustimmen im Rat. Und die Reaktion des Internet ist völlig klar. Auf Twitter trendet gerade das Hashtag nie wieder SPD, weil natürlich die Beobachterinnen und Beobachter sagen, ja, die SPD macht, was sie immer macht. Sie fällt um, wenn es darauf ankommt. Sie sagt nicht nein, wenn es darauf ankommt, obwohl sie öffentlich sagt, sie ist dagegen. Krasse Sache. Ja, fällt einem nicht mehr viel zu ein. Ich frage mich vor allem, weißt du, Philipp, wie soll man als Juso, ja, als Juso sich jetzt an den Stand stellen, ich bin ja nicht Juso. Als Juso, genau. Okay, du bist ja Mitglied der SPD, aber nicht Juso, ja. Ja, genau. Wie soll man sich denn jetzt an einen SPD-Wahlkampfstand stellen und sagen, wir haben eine super Spitzenkandidatin Katharina Barley. Wie soll man das machen? Das kann man doch nicht machen, ohne dass man, dass man im selben Moment irgendwie tot umfällt. Vor Lachen umfällt, ja, genau. Oder, das ist, weißt du, wie kann man denn bitte seine eigene Partei so demobilisieren? Jetzt sich völlig, völlig wurscht, ja, was man inhaltlich von dieser Richtlinie hält. Man kann doch nicht die durchboxen. Man kann doch diese Richtlinie nicht gegen die ganze eigene Partei durchboxen und zugleich wollen, dass diese Partei für einen in den Wahlkampf zieht. Das ist die krasseste Demobilisierung, die ich seit langem erlebt habe in einem laufenden Wahlkampf. Katharina Barley sagt doch ihren eigenen Parteifreunden durch die Blume, also ich will eigentlich auch nicht gewählt werden, macht mal keinen Wahlkampf für mich. Wie kann man so gaga sein? Ist mir nicht klar. Plus die Desavuierung des demokratischen Systems. Also öffentlich A sagen, wir wollen A, wollen A und dann, wenn keiner guckt, sagen wir doch, nee, vergiss es. Also unfassbarer Vorgang. Ja, und dazu kommt halt noch eine Fußnote. Wir hatten ja letztes Mal auch so ein bisschen dargestellt oder du hattest das nochmal darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung eigentlich überhaupt dieser ganzen Richtlinie nur zustimmt, weil Frankreich seine Bedenken gegen diese Russland-Pipeline, sagen wir mal, beiseite gelegt hat. Jetzt sagt aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier per Twitter von Golem zusammengefasst, Link findet in den Shownotes, nee, nee, wir stimmen dieser Richtlinie nicht zu, dieser Urheberrechtslinie, weil Frankreich seine Probleme mit der Pipeline ignoriert, sondern wir stimmen dieser Richtlinie zu, diesen Upload-Filtern, weil wir diesen Paragraf 11, das Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene für Presseverleger retten wollten. Also mit anderen Worten, die Lex Springer. So, deswegen stimmt die Regierung dieser Urheberrechtslinie zu und ich finde, Golem fasst das in zwei Absätzen ganz gut zusammen, Zitat, sollte diese Darstellung Altmaiers stimmen, haben Union und SPD gegen den Beschluss ihres Koalitionsvertrages gestimmt, um das in Deutschland gescheiterte Leistungsschutzrecht für Presseverleger noch auf EU-Ebene durchsetzen zu können. Das heißt, schreibt Golem weiter, die CDU-Politiker haben eine Regelung, die sie bei der Umsetzung in Deutschland ausdrücklich umgehen wollen, in Klammern Upload-Filter, nur deswegen akzeptiert, um eine andere Regelung zu ermöglichen, in Klammern Leistungsschutzrecht, die führende Lobbyisten mit Hilfe von permanenten Falschaussagen verteidigen. Da hat Golem auch ein Interview von Matthias Döpfner auseinandergenommen, Chef von Springer, sehr lohnenswert, ist auch in den Shownotes verlinkt, mit welchen Aussagen Döpfner da das Leistungsschutzrecht, Falschaussagen Döpfner das Leistungsschutzrecht dort verteidigt. Also das kann man sich mal durchlesen. Das ist alles ein ziemliches Trauerspiel. Das ist ein ziemliches Trauerspiel, ja. Anders kann man das nicht sagen. Es ist ja letztlich fast, kann man sich fast aussuchen, was schlimmer ist, ja. Ob es schlimmer ist, diese Richtlinie durchzuboxen für dieses Springer-Leistungsschutzrecht oder ob es schlimmer ist, wenn man das durchboxt, um die russische Gaspipeline von Gerhard Schröder durchzuboxen, ja. Also beides ist so gruselig, dass man es sich kaum ausdenken kann. Aber gut. Gut, das vielleicht, ja, wir werden in ein, zwei Wochen werden wir mehr wissen und vielleicht kann uns ja auch jemand in den Kommentaren zu dieser Folge nochmal erklären, was zum Himmel Katharina Barley denn geritten haben mag, dieses Leistung, Quatsch, dieser Upload-Filter doch noch durchzuboxen, obwohl sie es in der Hand gehabt hätte. Ich meine, mal ganz ehrlich, politisch formuliert, wenigstens hätte man die Union ja zwingen können, dass sie quasi, ja, dass sie den Joker zieht. Also Angela Merkel hätte sagen können, ist mir wurscht, liebe SPD, wir ziehen das jetzt durch. Das hätte man, wenigstens das hätte man politisch ja machen müssen, dann wären wenigstens die Fronten klar gewesen. Dann hätte man im Wahlkampf sagen können, wir SPD sind dagegen, wir haben alles versucht, aber Angela Merkel hat uns an die Wand gespielt. Genau, und dann kann man immer noch sagen, aber dafür lassen wir die Koalition nicht platzen. Das wäre dann wenigstens ein ehrliches Argument, darüber kann man sich dann streiten, aber es ist nicht so vorne Hü, hinten Hot. Genau, genau wie du sagst, darüber kann man sich dann streiten. Jetzt aber ist einfach der 347. Fall des Umfallens eingetreten und mit entsprechend zerstörerischen Konsequenzen für den SPD-Wahlkampf. Herzlichen Glückwunsch. Horst Seehofer stellt die Kriminalstatistik vor diese Woche. Ja, das ist erstmal eine gute Nachricht. Erstmal eine gute Nachricht. Von Horst Seehofer haben wir schon länger nichts mehr gehört. Deutschland ist statistisch, muss man sagen, nach dieser Statistik, so sicher wie nie. Es gab 5,5 Millionen Straftaten, das ist ein Minus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ich sag statistisch, so sicher wie nie. Kann man das so sagen? Es ist dann auch realistisch, so sicher wie nie. Das ist so ein bisschen die Frage. Dazu muss man sich nochmal einmal kurz vor Augen führen. Was bedeutet denn eigentlich diese Kriminalstatistik? Das ist die Statistik der angezeigten Straftaten. Das heißt, die Polizei führt im Grunde eine Statistik, welche Strafanzeigen hat sie aufgenommen. Das ist also nicht identisch mit der Zahl der tatsächlich begangenen Straftaten. Das kann man nämlich nie wissen, wie viele Straftaten wirklich begangen wurden. Und es ist auch nicht identisch mit der Zahl der Taten, die dann tatsächlich von Strafgerichten abgeurteilt wurden. Da gibt es nochmal eine eigene Statistik, die führt das Bundesjustizministerium. Nein, das ist hier erstmal nur die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, ist nur die Zahl der Straftaten, die die Polizei erfasst hat, unabhängig davon, ob es da auch eine Verurteilung gegeben hat. Das heißt also, diese Statistik sagt in vielen Bereichen auch vor allem etwas darüber aus, wo die Polizei ihre Schwerpunkte setzt. Also die Kriminologen unterscheiden da das sogenannte Hellfeld. Das ist die Zahl der angezeigten Straftaten. Das deckt die Kriminalstatistik ab. Und demgegenüber gibt es dann auch das Dunkelfeld. Das sind quasi die Straftaten, die zwar begangen worden sind, aber nicht angezeigt wurden. Und da muss man sagen, da hat die Polizei natürlich einen großen Einfluss auf das Verhältnis von hell zu dunkel. Genau, weil wenn du eine Ratze beispielsweise im Görlitzer Park machst, hier so ein Drogenschwerpunkt in Kreuzberg und dann eben viele Fälle anzeigst, dann verschiebst du das eben. Genau, da hat man am Ende des Jahres einfach mehrere tausend neue Fälle von unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Das muss man sich immer vor Augen bringen. Ist aber nicht passiert. Ist aber nicht passiert. Genau, ist aber theoretisch. Muss man im Hinterkopf behalten. Genau, man muss das im Hinterkopf behalten, dass diese Statistik eben nur das abdeckt, was die Polizei als Anzeige aufnimmt. Da hat die Polizei großen Einfluss drauf. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Zahl der Straftaten trotzdem sinkt, dann muss man sagen, spricht vieles dafür, dass es tatsächlich auch deutlich weniger Straftaten gab. Und das muss man ja sagen, trotz Zuwanderung. Also obwohl wir irgendwie in den letzten Jahren doch eine ganze Reihe von Menschen mehr in Deutschland wohnen haben, aufhältig haben, gibt es trotzdem einen Rückgang der Straftaten. Ja, und das haben wir ja letztes Mal auch ausführlich gemacht, dass es eben bei Migranten häufig, Männer sind häufig in einem bestimmten Alter, wo Menschen, egal welche Herkunft und Hautfarbe, häufiger kriminell sind. Und deswegen gab es halt da auch eine Häufung von Problemen. Aber trotzdem ist sie halt unterm Strich gesunken. Seehofer sagt, nicht mal ein Prozent der Bevölkerung werde jemals Opfer einer schweren Straftat. Und kann man sagen, die Angst vor Kriminalität ist eigentlich irrational? Kann man so weit gehen? Also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit von einer schweren Straftat betroffen zu werden, ist einfach extrem gering. Das kann man schon sagen. Und insbesondere ist es irrational, wenn die Angst vor Kriminalität zunimmt, weil die reale Kriminalität dramatisch abnimmt. Und das ist, denke ich, schon eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Wieso gibt es denn eine Zunahme der Kriminalitätsfurcht, die Horst Seehof oder eine Zunahme dieses Unsicherheitsgefühls? Was Horst Seehofer, glaube ich, zu Recht anspricht, obwohl die Kriminalität real deutlich zurückgeht. Und da gibt es, denke ich, im Wesentlichen zwei Gründe. Ein zentrales Problem ist die Sichtbarkeit von Kriminalität. Und da muss man einfach sagen, man sagt in den Medien, die Sichtbarkeit von Kriminalität in den Medien. Also man sagt ja immer so schön Sex Cells, aber nicht weniger gilt das natürlich für Berichterstattung über Kriminalität. Ja, Crime Cells, wenn man so will. Ja, große Boulevardmedien berichten ständig von gruseligen Gewalttaten. Und wenn man das nur häufig genug liest, dann hat man irgendwann das Gefühl, oh la la, das scheint ja wohl wirklich ein Problem zu sein. Auch wenn die Zahlen sinken, wecken die Medien, gerade bestimmte Medien, sehr häufig den Eindruck, als wenn wir vor einer Welle von Kriminalität stünden. Und besonders deutlich macht das natürlich die AfD und andere fremdenfeindliche Gruppen. Die reiten eben auf einer Welle der Angst vor Straftaten von Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, weil halt auch Angst schürt sozusagen den Impuls nach einfachen Lösungen, nach schnellen Lösungen. Da muss jetzt mal was getan werden, das geht jetzt so nicht weiter und so. Und da kommen dann natürlich in diese Lücke, springen dann natürlich Populisten, weil es eben häufig keine seriös vermittelbaren, einfachen, schnellen Lösungen gibt. Diese, die aber anbieten und auf diese Art eben auf Fang gehen von Stimmen und Unterstützung und Wählern. Also Sichtbarkeit, Kriminalität in den Medien und angefacht von bestimmten Parteien, populistischen Parteien ist das eine. Aber ich glaube allgemeine Verunsicherung trägt eben auch dazu. Also Hartz IV, Auflösung von Strukturen, Familie, Vereine, Gewerkschaften, Betrieb. Also das insgesamt so das Gefühl, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft, ich will nicht sagen zerbröselt, aber doch schwindet. Und der, glaube ich, könnte dieses Gefühl, Opfer von Kriminalität zu werden oder Kriminalität als Problem zu empfinden, auch befeuern. Ja, das halte ich für sehr plausibel. Dass also diese soziale Unsicherheit, diese geringere Sicherheit, dass es schon irgendwie finanziell weitergehen wird, unterm Strich so das Gefühl auslöst, weniger geborgen zu sein, weniger sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Position sicher zu sein. Und dass das dann wiederum zu mehr Angst führt, finde ich persönlich auch sehr plausibel. Leider ist das sehr schwer empirisch festzumachen, aber in den Vereinigten Staaten, wo ja viele soziale Entwicklungen sich so ein bisschen vor Deutschland vollziehen, zeitlich so, keine Ahnung, zehn Jahre vor uns vollziehen. Da kann man das schon seit den 90er Jahren beobachten. Gerade Michael Moore hat darüber ja Dokumentarfilme aus den Vereinigten Staaten, sehr eindrucksvolle Filme gedreht. Da kann man also seit den 90ern beobachten, wozu es eigentlich führt, wenn in einer Gesellschaft fast alle Angst vor sozialem Abstieg haben. Diese Angst vor dem sozialen Abstieg, die führt eben auch sehr häufig zu Angst vor Kriminalität und dann eben in den Vereinigten Staaten mit diesen extrem liberalen Waffengesetzen auch zu einer Bewaffnung und dementsprechend immer mehr Toten durch Waffengewalt. Also das ist, will ich jetzt nicht an die Wand malen, das ist natürlich bei uns nicht so krass, aber die Funktionsmechanismen. Genau, das sind die Mechanismen, die da wirken. Horst Seehofer sagt, okay, Rückgang der Kriminalität, das reicht uns nicht. Wir müssen das Gefühl dieser Unsicherheit bekämpfen, hat er, glaube ich, gesagt. Aber eben nicht, sagen wir mal, anpackend an den Ursachen, die wir eben mal so versucht haben zu skizzieren, sondern er sagt, vor allen Dingen, wir brauchen mehr Personal. Das finde ich total lustig. Wir haben es ja auch oft gesagt, dass es in vielen Bereichen einfach an Polizisten mangelt, um bestimmte Verfahren wirklich durchzumachen und das durchzuermitteln und um sich so. Da fällt auch viel durchs Rost, weil einfach Polizeibeamte nicht da sind, fehlen an allen Ecken und Enden, aber nur das zu fordern, ist eben zu wenig. Ja, das ist genau das Problem. Das ist deutlich zu wenig, wenn man so tut, als wenn jetzt mehr Personal die Lösung des Problems wäre oder noch schlimmer, mehr Überwachungsgesetze. Während die Polizei ganz offensichtlich wunderbar in der Lage ist, ihre Arbeit zu machen. Wie gesagt, jedes Jahr weniger Kriminalität, da kann man sich schon die Frage stellen, ob dann wirklich neue Gesetze wirklich erforderlich sind. Aber Stichwort mehr Personal, da gibt es noch eine andere kurze Meldung zum Thema Kriminalität, die uns doch sehr zum Nachdenken gebracht hat. Wir haben ja schon in den vor einigen Wochen ausführlich gesprochen über den sogenannten Cum-Ex-Skandal. Da war eine Serie von Steuertricks oder eine ganze Gruppe von Steuertricks. Es ist nicht so ganz klar, ob die jetzt legal oder illegal sind. Jedenfalls gibt es, sagen wir mal, viele, die sagen, dass da auch Straftaten begangen worden sind. Jedenfalls sind europaweit viele Milliarden Euro, manche Schätzungen gehen bis hin zu 50 Milliarden Euro, aus öffentlichen Kassen mit bestimmten Steuertricks abgezogen worden. Bei Aktentheels und sowas, also vor allen Dingen in Aktiengeschäften. Genau. Da haben sich halt die Händler und die, die daran beteiligt waren, halt Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt haben. Sie haben gesagt, haben wir gezahlt, haben sie aber gar nicht. Und haben halt auf diese Art und Weise zig Milliarden aus Steuerkassen, aus öffentlichen Kassen abgezogen. Ja, also auf jeden Fall ein shady, wirklich sehr, sehr shady, was da gelaufen ist. Ob es wirklich strafbar ist, wie gesagt, ein bisschen umstritten. Aber natürlich gab es zumindest Ermittlungsverfahren deswegen. Jetzt stellt sich raus, die Staatsanwaltschaften sind so überlastet, dass diese Verfahren nicht rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden können. Das heißt, selbst wenn es strafbar gewesen sein sollte, wird es deswegen keine Verurteilung geben, einfach weil inzwischen die Verjährung droht. Das steht fest oder das droht? Das wissen wir noch nicht, wann die Fristen genau ablaufen. Jedenfalls wird es keine Urteile geben, weil so ein Strafverfahren ja nochmal Jahre dauern würde. Aber das ist klar, also dass es da keine Urteile gibt. Ja, das schafft man nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, an der Stelle hat offensichtlich das Personal oder die Ressourcen oder der Wille gefehlt, diese Milliarden Straftaten, wenn es denn Straftaten sind, muss man immer sagen, nicht ganz klar. Jedenfalls mal so rechtzeitig anzuklagen, dass es da gegebenenfalls noch Urteile geben könnte. Herzlichen Glückwunsch. Und wir müssen noch über einen zweiten Fall reden, wo es gerade heiß diskutiert wird, ob und wie weit der Staat in die Rechte, die persönlichen Rechte seiner Bürger eingreifen darf. Und zwar geht es da um die Diskussion um die Impfpflicht. Die Bundesregierung prüft gerade, ob es eine Pflicht zur Impfung gegen Masern geben soll. Da muss man sagen, diskutiert das, um das vorwegzunehmen, diskutiert, da wird nicht eine jeder wird geimpft sofort Lösung, sondern da geht es in erster Linie um Kinder und öffentliche Einrichtungen. Also es wird nicht darüber diskutiert, ob jeder geimpft werden soll. Aber darüber reden wir gleich noch. Das Problem ist aber, es gibt noch Masern. Also das ist an sich schon mal ein Problem. Die Weltgesundheitsbehörde sagt, Masernfälle in Europa haben sich im letzten Jahr verdreifacht. Und jetzt gerade in Deutschland haben wir halt Masernausbrüche in mehreren Regionen Deutschlands. Und das klingt immer so, ja, ja, Masern hat man mal als Kind. Kinder sterben daran. Ja, Kinder erleiden lebenslange Schäden, weil sie sich an anderen Kindern anstecken. Jetzt gibt es zwar 93 Prozent der Kinder in Deutschland hatten noch 2016 bei Schuleingangsuntersuchungen ausreichende Masernimpfungen vorzuweisen. 93 Prozent klingt viel, reicht aber nicht, um diese sogenannte Herdenimmunität herzustellen. Also eine Krankheit so weit zu bekämpfen, dass es sie eben nicht mehr ausbreiten kann. Dafür bräuchte man 95 Prozent aller Kinder, die zwei Impfdosen bekommen. Und das haben wir halt nicht. Und jetzt breitet sich halt diese gefährliche Krankheit lokal wieder aus. Ja, genau. Und das muss man immer wieder deutlich sagen. Philipp, du hast es angesprochen, das ist eben keine einfache Kinderkrankheit, sondern eine sehr gefährliche Krankheit. Immerhin einer von tausend erkrankten Menschen verstirbt daran. Außerdem gibt es eben die Gefahr schlimmer Spätfolgen, auch wenn die Krankheit scheinbar verheilt ist, scheinbar ausgeheilt ist. Ein Beispiel wird in einem aktuellen Titel des Spiegel genannt, nämlich die sogenannte subakute sklerosierende Panencephalitis, kurz SSPE. Eine Krankheit, die eben dazu führt, dass das Gehirn noch Jahre nach einer scheinbar durchgemachten Masernerkrankheit langsam aber sicher zersetzt wird, so dass diese Menschen zu Pflegefällen werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch die Impfung kann und in Einzelfällen krank machen. Das ist aber sehr, sehr selten. Also einen Schaden durch eine Impfung erleiden etwa einer von 1,5 Millionen geimpften Menschen. Welle ist da ein Arzt in der Tagesschau. Den Beizeit habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ja, aber über diese realen Risiken der Impfung hinaus machen Impfgegner massiv Stimmung gegen die Impfung, auch mit einer Reihe von Nachrichten, die man ehrlich gesagt nur als Fake News bezeichnen kann. Wir haben die einfach mal so ein bisschen zusammengetragen, weil es glaube ich wichtig ist für eine Diskussion über diese Frage Impfpflicht, ja oder nein, dass man erstmal die Risiken tatsächlich benennt. Wie gesagt, das reale Risiko sind Impfschäden, die eben denkbar sind in einer von 1,5 Millionen Fällen von Impfungen, aber wenig plausibel sind eine ganze Reihe anderer Kritikpunkte. Zum einen der Kritikpunkt, dass die Zusatzstoffe aus der, die eben diesen Impfstoffen beigemischt werden. Das heißt also, Impfung bedeutet, dass man mit abgeschwächten oder abgetöteten Viren quasi geimpft wird, aber die müssen ja in irgendwas drin sein. Da muss man irgendwie eine Flüssigkeit herstellen, die man dann injizieren kann und da wird gesagt, diese Zusatzstoffe seien schädlich. Da muss man natürlich sagen, also ein Arzt, den der Spiegel da interviewt hat, meint dazu, das sei Unsinn, denn man den ganzen Tag über atmet man schließlich Schadstoffe ein und ein paar Mikrogramm zum Beispiel von Aluminiumverbindungen seien in dieser Hinsicht einfach nicht das Relevante. Aber Impfung ist auch nicht Bio, auch immer ein Einwand. Ja, wo man sagt, okay, ja, okay. Next, Impfung wirkt nicht immer, das ist richtig, glaube ich. Sie wirkt bei Doppelimpfungen aber bei 98 Prozent der Menschen. Und schon nach einer Impfung gibt es so bei 92 bis 93 Prozent eine Immunität gegen Masern. Also ich finde, das kann man dann schon machen. Dann ist noch ein Argument, dass Mütter die Immunität an ihre Kinder weitergeben können, wenn sie selbst krank waren. Auch das ist wohl richtig, schützt die Kinder aber nicht so richtig, oder? Nee, das ist richtig. Also natürlich schützt, oder was heißt natürlich, aber es ist schon so, dass Mütter an ihre frisch oder neugeborenen Kinder so einen leichten Schutz vor den Masern mitgeben. Ja, das schützt die Kinder tatsächlich in den ersten Wochen ein bisschen und das hat immerhin den Vorteil, dass sie in dieser Zeit dann ein bisschen geschützt sind, wenn auch nicht wirklich zuverlässig, weil man sie in dieser Zeit noch nicht impfen kann. Ja, also in den ersten Lebenswochen ist so eine Masern-Impfung noch nicht möglich. Aber das Risiko, wenn man darauf setzt, ist enorm. Also zum einen natürlich das Risiko schwerer Komplikationen beim Masern der Mutter. Ja, damit die Mutter diese Immunität weitergeben kann, muss sie eben selber erst mal krank gewesen sein. Das kann man aber eigentlich niemandem zumuten. Niemandem zumuten, das kann man keinem Menschen zumuten. Insofern ist das eigentlich kein Kalkül, dass man vernünftigerweise eingehen kann. Außerdem ist diese Weitergabe von der Mutter eben nicht so richtig zuverlässig. Und schließlich, und das ist der vielleicht entscheidende Punkt, ist dieser Schutz, der von der Mutter weitergegeben wird, ja gar nicht nötig, wenn es eben hinreichende Herdenimmunität gibt. Philipp, das ist dieser Punkt, den du eben angesprochen hast. Herdenimmunität bedeutet, es sind so viele Menschen geimpft, mindestens 95 Prozent der Bevölkerung, dass es einfach keine Weitergabe von Mensch zu Mensch mehr geben kann. Genau, also so und die Weltgesundheitsorganisation sagt aber, dass eben diese Ablehnung von Impfungen eine der zehn größten globalen Gesundheitsbedrohungen gibt. Das ist vielleicht die Zusammenfassung des Ganzen. Die Zusammenfassung des Ganzen ist, ja es gibt Risiken von Impfungen, aber unter dem Strich ist es trotzdem extrem unvernünftig, aus der individuellen Perspektive sich nicht impfen zu lassen. Weil diese Argumente gegen Impfungen alle letztlich nicht durchgreifen, das muss man in dieser Deutlichkeit so sagen. Eine andere Frage, die man davon trennen muss, ist natürlich die Frage, ob jetzt der Staat tatsächlich Impfungen vorschreiben kann. Ja, dass irgendwas nicht schlau ist, heißt ja noch nicht, dass man es von staatlicher Seite quasi verbieten kann. Genau, also bevor du, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, bevor wir auf die juristischen Probleme geben, einmal kurz diesen Vorschlag von Jens Spahn und Karl Lauterbach. Damit wir so ein bisschen wissen, was da in der Diskussion ist. Weil es ist eben nicht so, dass diskutiert wird, also den Spahn Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion, der auch das schon seit Jahren fordert. Und auch Spahn hat es schon seit Jahren gefordert und dieses Impflicht ist auch schon seit Jahren in der Diskussion. Aber die haben jetzt, sagen wir mal, sich zusammen vor die Presse gestellt und gesagt, sie wollen natürlich, sagt Spahn, nicht alle Bundesbürger verpflichten, sich impfen zu lassen. Sondern es geht, so sagt da Spahn, nur um Impfungen für Menschen, die in so Gemeinschaftseinrichtungen gehen. Also Kita, Schule, öffentliche Gesundheitsversorgung. Ja, da kann man dann sozusagen, sagt Spahn, darüber reden, inwieweit müssen also Schüler, Schülerinnen, Kinder in Kindertagesstätten, auch Betreuer, Lehrer, also alle, die in so öffentlichen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung auch arbeiten, inwiefern müssen die geimpft sein? So, darum geht es im Kern. So, und jetzt können wir mal auf diese juristischen Probleme eingehen. Es gibt natürlich im Grundgesetz das garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit. Punkt. Genau, das muss man natürlich sehen. Also dieser Peaks dieser Impfung ist eine leichte Körperverletzung. Darum kommt man nicht herum. Ja, es ist also ein leichter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und außerdem, haben wir schon angesprochen, kann eine Impfung, wenn auch in extrem seltenen Fällen, krank machen. Das heißt also, wenn der Staat zu einer Impfung verpflichtet, dann wird man das aus verfassungsrechtlicher Perspektive am Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit messen müssen. Auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, trifft den Staat auch eine Schutzpflicht für die Gesundheit der Menschen. Das heißt also, der Staat ist nicht nur quasi aus abwehrrechtlicher Perspektive gehindert, einfach mal so in die körperliche Integrität von Menschen einzugreifen durch eine Impfpflicht. Er hat auf der anderen Seite auch die Verpflichtung, für die Gesundheit der Menschen Vorsorge zu treffen. Und der Punkt ist eben, dass man nicht alle Menschen impfen kann. Also beispielsweise eben Babys vor einem bestimmten Mindestalter oder andere Menschen, Rentner mit Immunschwächen. So was geht auch nicht. Also du kannst nicht alle schützen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn du dein Kind nicht impfst und das kriegt Masern, dann ist es für das Kind ein Drama, aber auch potenziell für alle, die mit diesem Kind in Kontakt kommen. Also du gefährdest da auch die Gesundheit der anderen. Das ist eben keine Privatsache. Das ist glaube ich der wichtige Punkt an der Stelle. Sich impfen lassen oder nicht impfen lassen ist keine Privatsache, sondern im Gegenteil. Man schafft damit ein Risiko für die Gesundheit der Menschen um einen herum, die auf Herdenimmunität angewiesen sind. Und deswegen denke ich, ist das eben aus grundrechtlicher Perspektive nicht so einfach nur eine Abwehrkonstellation. Hey, der Staat greift hier in meine körperliche Integrität ein, indem er mich zu einer Impfung zwingt oder indem er Babys dazu zwingt, sich impfen zu lassen oder Eltern zwingt, ihr Baby impfen zu lassen. Und alle anderen haben auch das Recht zu sagen, schützt mich davor. Genau, das ist also ein typischer Fall einer verfassungsrechtlichen Pflichtenkollision. Du hast auf der einen Seite diese abwehrrechtliche Konstellation, greifen nicht ein in die körperliche Integrität und du hast auf der anderen Seite die Verpflichtung des Staates, Vorsorge zu treffen für die in Anführungsstrichen Volksgesundheit. Und ich will da jetzt nicht abschließend sagen, was das Bundesverfassungsgericht in einer solchen Pflichtenkonstellation entscheiden würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da der Spielraum des Gesetzgebers groß ist. Diese Abwägungsentscheidung, welche Eingriffe in die körperliche Integrität halten wir für angemessen, um andererseits die Volksgesundheit allgemein zu schützen, dass dieser Spielraum des Gesetzgebers sehr, sehr groß ist. Es gibt einen anderen Fall, der vor einigen Jahren schon mal entschieden wurde, wo das Bundesverfassungsgericht genau auf dieser Linie argumentiert hat, nämlich da geht es um das Rauchverbot in Kneipen. Da hat man im Prinzip eine ähnliche Konstellation. Auf der einen Seite das Freiheitsrecht zu rauchen und das betriebliche Interesse der Wirte, ihre Kneipe so zu betreiben, wie sie das eben gerade wollen. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber das staatliche Interesse an der Gesundheitsvorsorge für die Allgemeinheit, weil es halt einfach mal giftig ist in der Kneipe, sich quasi als Passivraucher diesem Qualm aussetzen zu müssen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, der Gesetzgeber hat einen sehr weiten Spielraum. Was er nur tun muss, ist eine konsequente Regelung treffen. Das heißt also, die Regelung, die da beschlossen wird, muss in sich logisch sein, irgendwie nachvollziehbar sein, aber dann sind die Spielräume des Gesetzgebers groß. Ich denke, das wird beim Impfen letztlich genauso sein. Genau, das haben wir ja auch vorhin bei der Organspende. Ich finde es gut, dass es da eine öffentliche Debatte gibt. Ich finde gut, dass das Gegenstand der Diskussion und auch der demokratischen Entscheidung ist. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch kein bisher völlig ungeregeltes Feld. Es gibt ja schon diesen Feld. Es gibt das Bundesinfektionsschutzgesetz, wonach der Gesundheitsminister per Rechtsverordnung eine Impfpflicht einführen kann. Allerdings gebunden an diese enge Voraussetzung, wenn eine Epidemie mit klinisch schweren Verlaufsformen droht, dann geht das. Die einzige Ausnahme, die da zugelassen ist, sozusagen, ja, der Gesundheitsminister ordnet diese Impfpflicht an. Ich will mich trotzdem nicht impfen lassen. Das Einzige, was du da vorbringen kannst, sind gesundheitlich medizinische Gründe. Weil, weiß ich nicht, Allergien oder irgendwelche anderen Schwächen. Was nicht akzeptabel ist in dieser Verordnung, glaube ich, ist religiöse oder weltanschauliche Gründe. Also du kannst nicht sagen, meine Weltanschauung verbietet es mir, mich impfen zu lassen, mache ich nicht. Das zählt da nicht. Also es ist kein völlig neuer Gegenstand. Es geht jetzt wirklich nur darum, soll man Kinder impfen, die halt in die Schule gehen, die in die Kita gehen. Soll man halt die Menschen, die Erwachsenen impfen, die halt in solchen Einrichtungen arbeiten. Und da würde ich sagen, die Stimmung geht eindeutig pro so eine Impfpflicht, wie der im Konkreten auch aussehen mag. Also Familienministerin Giffey ist dafür, Ärztelobbyist Montgomery ist dafür, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ist dafür. Der Bundestagsfraktionsvorsitzende, Vize der FDP, Michael Theuer ist dafür, bei unter 15-Jährigen so eine Impfung zu machen. Auch parlamentarische Gäste der Linken, Jan Korte ist dafür, die grünen Eiern umrum sind eher dagegen. Ja, das gibt es ein paar Ökos. Ja, es gibt halt so ein paar Ökos. Oder ESOs, muss man sagen. ESOs, also die so ein bisschen verbrettet sind, ist schwierig. Aber was mich halt auch gewundert hat und den Ton, den hören wir uns nämlich jetzt mal an, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, also eines angesehenen Forschungsinstituts. Ja, immerhin das Institut für Infektionskrankheiten, also Lothar Wieler, der ist schon auch dagegen, das kann man schon sagen. Denn er sagt, Probleme seien ungeimpfte so Erwachsene, also 40-Jährige. Von ihnen gingen die Infektionen aus, nur 60 Prozent dieser Erwachsenen seien zweifach geimpft. Und daher macht er nämlich folgendes Argument. Deutschland hat in jedem Jahr Millionen von Patienten, die Krankenhäuser und Ärzte besuchen. Wenn im Rahmen dieser Aufenthalte der Impfstatus aktiv abgefragt wurde, könnte man sehr einfach diese Impflücken stopfen. Also das ist das Argument, die Gefahr geht von den Erwachsenen aus. Wenn man sie halt bei regelmäßigen Arztbesuchen darauf hinweist und lass dich mal impfen, dann würde man diese Lücke stopfen, ohne wieder wie oben bei der Organspende diesen vermeintlich tiefen Eingriff in die Freiheit, in die Grundrechte umgehen zu müssen. Und dann gibt es noch einen interessanten Hinweis, fand ich, vom Humangenetiker Wolfram Henn. Übrigens der Ton kam eben aus der Tagesschau von Herrn Wieler. Und jetzt hören wir Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat, der dort eine Arbeitsgruppe zu dieser Impfpflicht leitet. Und der ist auch skeptisch und zwar, weil es eine Anhörung gab und er sagte dazu im Deutschlandfunk folgendes. Ob eine staatliche Impfpflicht wirklich das geeignete Instrument ist, das ist allerdings zu hinterfragen. Und wenn Sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätten, muss ich sagen, hätte ich gesagt, ja, das stimmt so. Der Ethikrat hat eine Anhörung durchgeführt, bei der der Abteilungsleiter des Robert-Koch-Institutes und der WHO-Koordinator für Masern Europa beide in gleicher Weise geäußert haben, dass eine staatlich gestützte Impfpflicht wahrscheinlich eher kontraproduktiv wäre. Unter anderem deshalb, weil in Ländern mit Impfpflicht für bestimmte Krankheiten, hier sind ja jetzt mal nur die Masern in der Rede, die Überzeugung oder die falsche Einstellung in der Bevölkerung aufkommen kann, dass andere wichtige Impfungen dann eben doch nicht so wichtig wären. Und dann würde man sich mit einer Erhöhung der Impfrate für Masern schlechtere Impfraten bei anderen wichtigen Impfungen, ich nehme mal als Beispiel die Windpocken, erkaufen. Also er plädiert eher für sowas. Ja. Verstehst du das, Philipp? Ich finde, das ist doch sehr durchs Knie ins Auge. Ja, also sozusagen, es gibt eine Pflicht für Masern, also sind alle anderen Impfungen egal, deswegen mache ich das nicht. Das ist doch schon, das überzeugt mich schon deswegen nicht, weil diese Impfstoffe doch meistens Kombinationsimpfstoffe sind. Das heißt also, wenn ich dann hingehe und hole mir die Masern-Impfung, dann mache ich doch die anderen Impfungen gleich mit, soweit das medizinisch möglich ist. Ja, teilweise geht das auch nicht. Also auch angesichts der, dass der Eingriff nicht so tief ist. Ich empfinde ihn nicht als tief. Nee, das ist es auch nicht. Und der Tatsache, dass man halt wirklich Menschenleben damit retten kann und diese Krankheiten mal ausrotten kann, würde ich sagen, pro Impfpflicht. Ja, also wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man beide Seiten sieht. Das waren halt die Kernargumente. Also, ich finde halt dieses Argument, die Erwachsenen sind eigentlich das Problem, das kann man nicht vom Tisch wischen. Aber wenn das so ist, dann finde ich, kann man wieder beides machen. Man kann die Ärzte dazu anhalten und sie verpflichten, wenn euch Verwachsene irgendwie in die Praxis ins Krankenhaus kommen, müsst ihr ihren Impfstatus checken und wenn der nicht gut ist, mindestens darauf hinweisen. Vielleicht muss man sie da nicht verpflichten, aber mindestens darauf hinweisen. Hören Sie, Sie sind nicht geimpft, wir haben das hier gecheckt. Sie sind eine Gefahr für Ihr Kind, für die Allgemeinheit, bitte lassen Sie sich jetzt impfen. So, und wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch weitergehen. Und trotzdem kann man Kinder, die geboren werden ab einem bestimmten Alter, impfen, damit man das Problem von zwei Seiten angeht. Weil jetzt kriegst du die Erwachsenen vielleicht, ja, und die akute Gefahr ist weg. Aber wenn du auch die Kinder impfst, dann bist du das für die nächsten Generationen eben los. Ja, genau, das ist doch das Ding, wer heute 40 ist, war ja auch mal fünf und hätte dann eben eine Impfung kriegen können. Also ich denke, da zeigt sich bei den über 40-Jährigen eher, dass man da in der Vergangenheit eben nachlässig war, wenn es darum ging, Impfungen verpflichtend zu machen oder hinreichend darum zu werben. Also ich denke auch, schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Impfung. Man muss dazu sagen, das wurde natürlich schon so oft diskutiert und nie hat es eine gegeben. Also ich bin mal gespannt, ob die umgesetzt wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich glaube, die wichtige Botschaft ist, es gibt schlagende Argumente, denke ich, dafür und dagegen eher schwieriger. Vor allem aber, das ist, glaube ich, ein wichtiger Takeaway aus unserer Diskussion, verfassungsrechtlich ist das zumindest möglich. Es ist also wirklich eine Frage, die der demokratische Gesetzgeber entscheiden kann. Und das finde ich irgendwie auch gut. Ja, ich finde es super, wenn auch hier, genau wie oben bei dem Stichwort Organspende, das Grundgesetz eben nicht klar sagt, das oder das geht. Das ist eine, wie sagen die Amerikaner in diesem Kontext, immer so schön political question. Das muss politisch entschieden werden. Insofern freue ich mich auch da auf die Debatte im Bundestag. Zum Schluss noch ein Thema, oder fast zum Schluss, was ihr euch nochmal gewünscht hattet, was bei uns auch schon länger rumliegt. Die beliebte Zeitumstellung. Wir nehmen das jetzt mal ins Programm, weil es diese Woche natürlich wieder so weit war. Diese Woche wurde auf Sommerzeit umgestellt, wie das immer so ist. Letzter Sonntag im März wird es halt Sommerzeit. Letzter Sonntag im Oktober wird wieder zurückgestellt. Auf die Winterzeit, auf die Normalzeit. Die Idee dabei war im Sommer halt länger hell, weniger Energieverbrauch, Energiesparen. Das ist, soweit ich das sehen kann, mindestens sehr umstritten, ob das funktioniert hat. Was es aber wohl offensichtlich gibt, sind Probleme mit dem Biorhythmus. Und so hat also das Europäische Parlament jetzt dafür gestimmt, diese Zeitumstellung im Jahr spätestens 2021, also in zwei Jahren, abzuschaffen. So, da gab es also 410 Ja-Stimmen, 192 Nein-Stimmen. Das ist also satte Mehrheit dafür gewesen. Für die tatsächliche Abschaffung müsste allerdings noch ein Kompromiss mit den Mitgliedstaaten erzielt werden. Also wieder der berühmte Rat muss da auch mitreden. Das nächste Treffen gibt es dann wohl im Juni. Anschließend muss dann auch mit den Unterhändlern des EU-Parlaments ein Kompromiss gefunden werden. Also das wird sicherlich nicht vor Herbst 2019, also dieses Jahres passieren. Nach dem Willen des Europaparlaments soll dann, und das ist der Kern, jeder Mitgliedstaat selber entscheiden können, ob er in zwei Jahren eine dauerhafte Winterzeit, die Normalzeit, oder diese Sommerzeit verewigen will. Und diejenigen Staaten, die sich dann für die Winterzeit entscheiden, stünde also die letzte Zeitumstellung dann im Oktober 2021 an. Gefürchtet wird sozusagen so ein Flickenteppich von Zeitzonen, dass man dann von Belgien nach Luxemburg, nach Frankreich, nach Deutschland, dauernd die Uhren wieder umstellen muss. Deswegen soll es also ein Koordinierungsgremium geben, sagen die Abgeordneten des EU-Parlaments. Vorweggegangen war, das haben auch viele mitgekriegt, also eine Befragung, eine rüsige Umfrage, wo es halt eine große Beteiligung gegeben hat, 4,6 Millionen Menschen da mitgenommen. Das hat es wohl noch nie gegeben bei so einer Umfrage. 84 Prozent derjenigen, die teilgenommen haben, sagen Ende des Hin und Her. Wir wollen Abschaffung der Umstellung. Und allein drei Millionen dieser Befragten kamen aus Deutschland. Also das scheint hier ein großes Thema zu sein. Das merkt man ja auch in euren Zuschriften, wir sollten das endlich mal behandeln. Und ja, nun machen wir das also mal und versuchen uns da einen Reim drauf zu machen. Die Bundesregierung will sich offenbar noch nicht festlegen, ob es jetzt eine ewige Winterzeit oder eine Sommerzeit geben soll. Ich glaube wichtig ist bei dem Ganzen, dass man sich überlegen muss, dass einfach die Sonne gefühlt deutlich früher aufgehen wird und deutlich später untergehen wird. Oder andersherum, wenn man auf diese Zeitumstellung verzichtet. Das heißt also, wir werden uns einfach, so kann man es glaube ich zusammenfassen, an krassere Phänomene des Hell- und Dunkelwerdens gewöhnen müssen. Denn diese Umstellung von Sommer- auf Winterzeit hat ja vor allem den Zweck gehabt, dass die Zeit sich besser anpasst an unsere Lebensgewohnheiten. Weil man im Sommer irgendwie länger auf ist und so, da sollte dann einfach, da sollten wir einfach mehr Tageslicht quasi genießen können. Das ist so ein bisschen die Idee bei dem Ganzen. Das sollte dann auch zu einer Energieeinsparung führen, wenn man weniger Energie für Beleuchtung verwenden muss. Und Philipp hat mal so ein bisschen die Szenarien durchgerechnet, wenn man auf diese Umstellung verzichtet. Genau, genau. Das macht es schon sehr schön plastisch. Das macht es schon plastisch und das könnt ihr euch angucken. Wir haben das verlinkt, die Zeit hat damals eine sehr schöne Grafik gemacht, wo man das wirklich gut durchging. Ist auch in den Shownotes. Der Kern dieser Sache ist, wie das heute ist, wisst ihr mit Sommerzeit und Winterzeit. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Szenarien. Wie wäre das, was wäre der Effekt, wenn wir immer Winterzeit hätten? Also immer die sogenannte Normalzeit. Der Effekt wäre, dass wir halt auch im Juni die Winterzeit hätten. Und das wäre der Effekt, dass die Sonne sehr früh aufgeht. Je nachdem, Westen, Osten, Norden. Es schwankt immer so um eine halbe Stunde, Pi mal Daumen. Aber die würde halt so rund vier Uhr morgens würde die Sonne aufgehen. Heute ist halt eine Stunde später, so um fünf. Also wenn wir immer Winterzeit hätten, würde die Sonne sehr früh aufgehen. Und sie würde auch im Sommer früher untergehen. So je nach Standort, Viertel nach acht, Viertel nach acht. Bis kurz vor zehn. Irgendwie in der Regel. Das heißt, im Sommer würde es sehr früh hell. Und abends wäre die Sonne eher weg. Wenn wir jetzt immer Sommerzeit hätten, dann wäre es im Sommer, wie es halt jetzt ist. Aber im Januar würde die Sonne halt sehr, sehr spät aufgehen. Es würde sehr spät hell werden. Je nach Standort so zwischen neun Uhr, neun Uhr dreißig. Klar, sie geht dann auch ein bisschen später unter. 17, 17.30 Uhr wird es dann dunkel. Aber es wäre halt sehr lange dunkel morgens. Da kommt man dann schlecht aus dem Quark. Das ist die Frage, der Punkt, warum wir da überhaupt drüber reden, ist sozusagen. Also es gibt halt Biologen, Chronobiologen, ne? Die, die sich halt mit dieser... Was es alles gibt. Die sich mit dieser inneren Uhr von uns beschäftigen, dieser biologischen Uhr. Und einer ist dieser Till Rönneberg. Und der, und das ist ja das Interessante, finde ich, auch an diesem Thema für uns. Intuitiv, was würdest du sagen? Sommerzeit immer, Winterzeit immer? Spontan? Also spontan würde man sagen, jedenfalls Zeitumstellung ist irgendwie nervig. will man eigentlich nicht mehr. Und im Zweifel lieber Sommerzeit. So wäre so mein Bauchgefühl. Wäre mein Bauchgefühl auch. Sommer klingt irgendwie gut. Sommer klingt irgendwie gut. Und Rönneberg sagt, das wäre so eine Art Croxit. Also so ein Corona-Exit. Also eine aus Emotionen getriebene, intuitive Entscheidung für faktisch die falsche Option. Weil er sagt, dass die ewige Sommerzeit für uns schädlich wäre. Er sagt, die maßgeblich für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden ist die innere biologische Uhr. Und die orientiere sich mehr oder weniger auf der ganzen Welt nach dem Stand der Sonne. Also der höchste Stand der Sonne sollte so zwischen halb zwölf und halb eins erreicht sein. Dann ist die Zeit, die wir auf den Uhren sehen, ungefähr ein Sync mit unserer innerlichen biologischen Uhr. Und da sagt er, das ist eben nur der Fall in der Winterzeit. In der Sommerzeit würden wir uns quasi permanent in die Ukraine versetzen. Wir hätten so einen permanenten Jack-Lack. Und wir würden alles zu früh machen. Wir würden zu früh aufstehen, weil halt die Uhr, weil der Wecker klingelt um sechs. Aber die Sonne ist eben noch nicht oben. Die Sonne, so, na gut, also in der Sommerzeit wäre sie dann halt oben. Aber im Winter halt nicht. Im Winter wäre sie noch nicht oben. Und vor allen Dingen, das wäre nicht das Problem, wenn wir dann auch früher schlafen gingen. Ja, wenn wir, dann wäre das Problem zumindest gemindert. Dann stünde zwar die Sonne nicht im Zenit, aber wenn wir früher schlafen gehen, okay. Er sagt, das machen wir aber nicht, weil es a, so lange hell ist, wir sind aufgekratzt. Und man schläft einfach unterm Strich zu wenig. In Russland hat wohl, Russland hat wohl mal 2011 die ewige Sommerzeit eingeführt. Und da gibt es so, sagen wir mal Studien, die so die ersten Zahlen mal ausgewertet haben. Und da war es wohl schon so, dass es chronischen Schlafmangel gab, mehr Reizbarkeit. Kann man sich bei den Russen kaum vorstellen, dass es noch mehr Reizbarkeit gab. Aber anyway, gab es wohl so, mehr Depressionen und so, mehr Suizide. Also er sagt, das ist für uns schlecht. Und deswegen sollten wir halt auf eine ewige Winterzeit umstellen. Also wenn überhaupt Verzicht auf die Zeitumstellung, dann wäre auch sein. Veränder sich die Winterzeit, Gedankenstrich, die ja auch eigentlich die meteorologische oder die astronomische Normalzeit wäre. Gedankenstrich, die richtige Zeitzone. Genau, weil eben dann so bei uns in Deutschland die Sonne so zwischen halb, surf, halb eins, so Pi mal Daumen im Zenit steht. Und wir da so mit unserer Biologie so im Sync wären. Und ich finde das, also lustig, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich so, hm, eigentlich will man ja einen Kompromiss. Eigentlich will man so ein bisschen so seiner schon gesund leben und seiner inneren biologischen Urgenüge tun. Und jetzt sind diese langen Abende im Sommer aber auch saugeil. Und dann landest du wieder bei der Zeitumstellung. Das muss man sehen, die Zeitumstellung ist eben weit über den ursprünglichen Grund für ihre Einführung hinaus, nämlich Energieeinsparung, möglicherweise doch eine ganz sinnvolle Idee, weil sie die Sonne so schön anpasst in unseren Lebensmitteln. Ja, und das war so ein Ergebnis von dieser kleinen Recherche, wo ich dachte, hm, vielleicht ist das doch nicht so schlecht. Dann geht die Sonne im Winter ein bisschen früher auf und nicht erst um neun oder halb zehn. Und du hast halt im Sommer die längeren Nächte, die ja auch geil sind und so. Auf der anderen Seite, Philipp, hat es das doch jahrzehntelang, hat es ja keine Zeitumstellung gegeben. In 1980 ging es los oder sowas, glaube ich. Ja, ich meine, ich meine ein bisschen früher, ich habe es nicht genau recherchiert, ich meine eher so in den 60ern, 70ern. War das nicht ein Effekt dieser Energiekrise Anfang der 70er? Ja, der Ölgriefer war so Ende, war 78 war doch irgendwie. 73 war die erste, egal. Ich glaube, 80 haben sie es eingeführt, bin ich ganz sicher. Aber klar, davor gab es das nicht. Und ein cooles, also jetzt geht es natürlich darum, wer kommt in welche Zeitzone und so. Und da haben die auch, auch die Zeit hat dann eine schöne Grafik gemacht, dass es eigentlich sich relativ klar ergibt, welche Länder in welche Zeitzonen gehören, wenn man denn so mal diese Normalzeit zum Maßstab nimmt und sagt, wo steht so die Sonne im Zenit so am Mittag. Was ich halt eine coole revolutionäre Idee fand, einfach Zeitzonen generell abzuschaffen. Und so eine Weltzeit zu haben. Und was dann dazu führt, dass, weiß ich nicht, die Leute in Australien halt um 23 Uhr frühstücken. Weil bei ihnen um 23 Uhr die Sonne aufgeht. Weißt du, das fand ich irgendwie, ist natürlich jenseits von politischen Umsetzungen. Aber das fand ich mal eine coole Idee, einfach zu sagen, es gibt nur eine Zeit auf der Welt. Und die einen frühstücken halt um, da heißt das halt Frühstück um 11. Bei den anderen heißt es halt Frühstück um 23 Uhr. Bei den dritten heißt es Frühstück um 3 Uhr morgens, weil halt die Sonne aufgeht. Ich hab's gerade übrigens mal nachgeguckt, wie das so historisch war. In der Tat ist die heutige Sommerzeitregelung 1980 in Kraft getreten. Es gab sie aber schon mal während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, interessanterweise. Ja, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, warum das so war. Aber das würde mich mal von euch interessieren. Also das war so ein ganz interessanter Ding, wo ich dachte, so feucht ist das jetzt. Jetzt ist sie beschlossen. Okay, jetzt muss ich jetzt sie beschlossen. Und da würde ich doch dafür tendieren, tatsächlich auf die Wege Winterzeit zu gehen. Macht wahrscheinlich Sinn. Das ist gesünder für uns. Ich glaube, wenn die Biologen das uns sagen. Da sollte man wirklich, dann denke ich auch diesem Argument große Bedeutung beimessen. Aber möglicherweise ist auch dieser Brexit-Vergleich gar nicht so falsch. Dass es so eine emotionale Entscheidung war, zu sagen, wir lassen das mit der Zeitumstellung, die aber biologisch möglicherweise gar nicht so wahnsinnig sind. Er sagt, also Rönneberg, diese Kronobiologen sagen, Zeitumstellung weg ist super, nur dann eben auf ewige Winterzeit. Aber okay, also. Weil uns die Sommerzeit sozusagen aus dem Takt bringt, weil wir zu früh aufstehen, zu wenig schlafen und so. Deswegen weg damit, aber dann ewige Winterzeit. Ich glaube, das ist so der Punkt, den wir hier an dieser Stelle dazu mal machen wollten. Genau, so ein bisschen Input, ein paar Hintergründe, so machen wir das gern. Letzter Punkt für diese Folge. Wir schauen noch ganz kurz auf ein Landesthema, weil es eine schöne Überleitung ist, nämlich auf den SPD-Landesparteitag in Berlin. Wir haben ja eben gerade über die Kriminalstatistik berichtet und darüber, dass die Kriminalität in Deutschland sich auf einem erfreulich niedrigen Niveau bewegt. Der Landesparteitag der SPD hat zum Thema Polizeigesetzreform, was ja in vielen Ländern ein großes Problem ist zurzeit, einen ziemlich eindeutigen Beschluss gefasst. Die Partei stellt sich dort nämlich gegen die Fraktion und gegen den regierenden Bürgermeister Michael Müller, der immerhin auch von der SPD ist, und verlangt einen eigenen sozialdemokratischen Weg in der Innenpolitik, weniger Überwachungsgesetze und stattdessen mehr Personal, was ich im Kontext dieser Diskussion um die Kriminalstatistik eine, obwohl der Beschluss war vorher, aber was ich im Kontext dieser Diskussion für eine sehr spannende Beschlusslage halte und man muss allerdings zugenommenermaßen auch berichten, dass der SPD-Parteitag einen Nichtbeschluss gefasst hat, nämlich zu der Frage, ob möglicherweise große Wohnungsunternehmen, die in Berlin einen besonders schlechten Ruf haben, weil sie als besonders problematisch gelten wegen vieler Mieterhöhungen, zum Beispiel wegen Renovierung. Es gibt eine Diskussion, ob diese großen Mietunternehmen in Berlin möglicherweise enteignet werden sollen. Natürlich würden sie da eine Entschädigung bekommen, aber möglicherweise sollen da Tausende von Wohnungen in Landeseigentum überführt werden oder in das Eigentum einer Landestochter. Dazu konnte sich die SPD noch nicht entscheiden, was sie davon halten soll und das, obwohl eine Volksabstimmung droht zu diesem Thema. Es werden da schon Unterschriften gesammelt. Ja, seit dieser Woche. Genau, in dieser Woche beginnt die Unterschriften oder begann die Unterschriftensammlung für eine Volksabstimmung zum Thema Enteignung. Genau, es ist ja so ein zweistufiges Ding. Du musst erst genug Unterschriften haben und dann gibt es in einem zweiten Schritt, nachdem sich das Parlament damit beschäftigt hat, gibt es dann vielleicht einen Volksentscheid darüber, eine Abstimmung. Genau, aber in diesem Kontext finde ich das ausgesprochen spannend, dass die SPD sich da nicht zu einer Entscheidung durchringen konnte. Eigentlich würde man ja denken, sozialdemokratische Politik spricht doch dafür, die Mieten möglichst zu senken. Deswegen hätte man ja eigentlich erwartet, dass die SPD sich hinter diese Initiative stellt, große Wohnungsunternehmen jedenfalls dann zu enteignen, wenn sie sich als besonderes Problem bei der Entwicklung der Mietpreise in Berlin darstellen. Das aber ist auf diesem Parteitag noch nicht gelungen und das Thema ist jetzt für ein halbes Jahr vertagt worden. Und das ist deswegen so interessant, weil Philipp ein spannendes Interview geführt hat vor ein paar Tagen, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt, was für eine Vision für eine neue Gesellschaft könnte denn möglicherweise auf Wählerinnen und Wähler attraktiv wirken. Genau, das fand ich vielleicht zum Schluss dieser kurze Programmhinweis. Ich habe mich im Medienradio unterhalten mit Heinz Bude. Das ist, finde ich, so einer der interessantesten Soziologen, über die ich so in der letzten Zeit gestolpert bin. Er ist Professor an der Uni Kassel für Makrosoziologie. Und ja, wie gesagt, könnt ihr abonnieren. Einfach Medienradio in eure Podcast-App eintippen und abonnieren. Oder ihr geht auf den Link, den wir in die Shownotes packen, direkt zu diesem Interview. Jedenfalls, da haben wir, er hat ein Buch geschrieben, er hat viele Bücher geschrieben, aber jetzt hat er eins geschrieben über Solidarität. Und da hatte ich ihn mal eingeladen und wir haben gesprochen und so. Und das, was ich für die Lage da relevant fand, war, dass er argumentiert hat, ja, es gibt halt ein großes Loch in der Mitte der Gesellschaft. Alle haben das Gefühl, haben wir auch gesagt, es zerfällt so auseinander, die Bindungen fehlen. Und die rechten Parteien springen halt so rein und besetzen dieses Thema Solidarität, aber mit einem sehr exklusiven Begriff von Solidarität. Nämlich eine Solidarität, die halt nur für ganz bestimmte Leute gilt, die so aussehen wie du und ich. Und für andere eben nicht. Und er sagte aber, die Linke, SPD, Linke, aber vor allen Dingen auch die SPD, könnte halt dieses Thema besetzen. Und ich fand, da war eine Menge Scham dran. Nämlich diese Vision einer neuen Art von Solidarität jenseits des Neoliberalismus, wo sozusagen das Individuum eine starke Individuum im Mittelpunkt stand. Und da alle dachten, wenn das Individuum noch stark genug ist, dann werden auch alle schon davon profitieren. Denn das hat sich nicht so richtig belastbar als belastbar herausgestellt. Aber eben so eine staatlich-dirigistische Solidarität wie in der DDR irgendwie auch nicht. Und trotzdem da eine neue zeitgemäße Vision der Solidarität zu entwickeln, das fand ich sehr charmant. Und wir hören uns mal einen kurzen O-Ton von ihm dazu an. Ich habe jetzt sehr viel mit Leuten zu tun, die mich fragen, was kann man gegen Rechts machen. Und dann gibt es diese Idee, wir müssen gegen Rechts aufstehen und wir müssen kämpfen und so weiter. Das ist alles vielleicht auch alles gut begründet von den Einzelnen. Ich glaube, die eigentliche Anstrengung ist doch, gibt es Vorstellungen, die das rechte Denken von innen her aufbrechen können. Und ich glaube, Solidarität wäre so ein Thema, zu sagen, wir müssen irgendwie für diese Art und Weise füreinander einstehen, jetzt mal gemeinsam nachdenken, neu. Und ich wette, drei Viertel von den Kollegen, die bei der IG Metall zur AfD tendieren, würden sagen, da möchte ich gerne mitreden über diese Frage. Das ist ein Punkt, da möchte ich jetzt, da sollten wir wirklich mal drüber reden. Verstehen Sie, weil es brachlich das Thema, wird es von rechts abgegriffen, wird als exklusive Solidarität zum Teil bösartig, das muss man schon sagen, böse interpretierend. Und viele von denen, die sagen, ach, hier ist doch alles irgendwie nicht in Ordnung und mir geht es zwar einigermaßen gut, aber im Ganzen ist doch alles Mist hier, dass die im Grunde durch so ein Solidaritätsthema zumindest bereit wären, mitzudenken, also wieder hineinkommen in eine gemeinsame Zugehörigkeitsdebatte über die Frage, wie wir das jetzt eigentlich irgendwie hier schaukeln wollen, nachdem der Neoliberalismus vorbei ist. Und die Gretchenfrage ist dann nicht, wie hältst du es mit Migranten oder mit dem Islam, sondern die Gretchenfrage ist, wie hältst du es mit der Solidarität? So ist es, so ist es. Ja, das war Heinz Bude, Soziologe im Medienradio. Das komplette Gespräch könnt ihr euch, wie gesagt, anhören im Medienradio. Ulf, ich würde sagen, die Lage der Nation ist abschließend erörtert. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen, stiftet uns ein paar Sternchen auf iTunes, wenn euch die Lage gefallen hat. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis bald. Schönes Wochenende, alles Gute. Tschüss. Tschüss.